Fitness mit Marc Folge 391 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Die vierte Staffel von Stranger Things fand er zunächst düster, inzwischen aber ziemlich gelungen. Marc Maslow! Moin Moin, ich bin Marc Maslow, dein Dranbleibend-Fitness-Coach von Marathonfitness.de. Lass uns heute über das Training reden, richtiges Krafttraining und vor allen Dingen auch das Kardiotraining aus Dauersport. Und zwar konkret im Kontext einer Sportverletzung und zwar dem Bandscheibenvorfall. Was würdest du tun, hättest du einen Bandscheibenvorfall manifestiert? Du wärst leidenschaftlicher Sportler, würdest Marathons laufen, Krafttraining machen, fünf Tage die Woche trainieren und auf einmal ändert sich alles von einem Tag auf den anderen durch die Diagnose und die damit verbundenen auch Probleme, Schmerzen eines Bandscheibenvorfalls. Genau das ist meinem heutigen Gast passiert und das ist die gute Nachricht, er hat sich innerhalb von sechs Monaten aus diesem Tal der Tränen herausgearbeitet. Er ist promoviert, promovierter Sozialwissenschaftler, ist Polizeibeamter und Chefredakteur des größten deutschen Bodybuilding-Portals Team Andro. Er betreibt seit 1998 auch schon Leistungssport-Bodybuilding, Langsteckenlauf seit über zehn Jahren, ist auch schon über 30 Marathons gelaufen, hat jeweils an über einem Dutzend Powerlifting, Bodybuilding und Marathon-Wettkämpfen teilgenommen. Er ist auch Autor diverser Bücher, unter anderem, und die einen oder anderen wissen jetzt wahrscheinlich schon, wer es ist, das Buch Hybrid Allet, bei dem es um die Symbiose aus Kraft- und Ausdauersport geht. Deswegen war er hier auch schon mal zu Gast und er lief eben über 30 Marathons schon. Sein Ziel sind die 80, er hat sich 80 Marathons vorgenommen. Ja, und vor knapp sechs Monaten kamen dann der Dämpfer, starke Schmerzen, die erstmal jegliche Bewegung unmöglich machten. Diagnose war dann überraschend, auch Bandscheibenvorfall. Und er fand einen Weg durch konservative Selbsttherapie, in sechs Monaten wieder so fit zu werden, dass er anderthalb Wochen, bevor wir dieses Gespräch geführt haben, seinen ersten Marathon wieder gelaufen ist. Also innerhalb von sechs Monaten von Nichts geht mehr zum Marathon. Sein Ziel war, erstmal durchkommen und dann zweitens auch, zumindest unter vier Stunden zu laufen, was schon eine sehr ordentliche Zeit ist, weil er bisher jeden Marathon in unter vier Stunden finishen konnte. Ja, und beide Ziele erreichte er tatsächlich, obwohl er bei sommerlicher Hitze laufen war. Ja, und heute habe ich ihn hier zu Gast. Wir reden über diese ganze Journey, wie er die Schmerzen, die Verletzungen so überwinden konnte, dass er jetzt wieder, zumindest was die Marathonstrecke angeht, wieder am Start ist. Und das vorweg noch, wir sind beide keine Ärzte, deswegen darfst du alles, was wir heute besprechen, auch kritisch sehen. Und vor allen Dingen ersetzt das nicht die ärztliche Beratung. Das Ganze soll ein Erfahrungsbericht sein, der all denen von uns Mut, Kraft und neue Lösungsideen geben soll, die vielleicht gerade mit einer Sportverletzung zu tun haben, die sowas schon mal mitbekommen haben und die auch einfach das Thema Körper interessiert, was das Training angeht. Was ich dir versprechen kann, ist, es ist eine wahnsinnig spannende, inspirierende Reise, die sich auch als Metapher aus meiner Sicht wunderbar eignet für andere Herausforderungen, vor denen wir eben im Training häufig stehen, vor denen wir aber auch im Leben häufig stehen. Und damit möchte ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß mit der heutigen Folge mit Dr. Frank-Holger Acker. Oh, und bevor es gleich losgeht, diese Folge enthält Werbung. Ganz einfach, weil ich bestimmte Produkte erwähne, weil ich nach Produkten frage, die Frank auf seinem Weg geholfen haben. Und weil wir auch über einen oder zwei seiner Bücher reden, darf ich das Ganze als Werbung kennzeichnen. Und wie immer gibt es auch einen Werbepartner in dieser Folge und den stelle ich dir jetzt vor. Werbepartner dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über acht Jahren jeden Tag und das ist AG1. Von Athletic Greens enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Prebiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin. Vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine Alles-in-Allem-Gesundheitsversicherung. Für Fitness mit Markhörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos fünf Travel-Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin, plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Mark und dann ag.de. Ja, heute zu Gast bei Fitness mit Mark, Dr. Frank Holger Acker. Moin Frank. Hallo Mark. Ich habe mal auf den Kalender geguckt. Schnapp anderthalb Jahre ist es her, dass wir das letzte Mal schon gesprochen haben. Und seitdem ist, glaube ich, bei uns allen, wahrscheinlich auch bei vielen, die zuhören, einiges passiert. Wir haben ein ganz spannendes Thema, worüber wir heute reden wollen. Vorher würde ich gerne von dir noch wissen, hat sich denn ansonsten irgendwas geändert hinsichtlich deiner Einstellung zu Fitness oder neue Erkenntnisse, die sich ergeben haben? Also ich mache ja schon sehr lange Sport und dann, glaube ich, wäre es sehr komisch, wenn man so von heute auf morgen irgendwie oder so grundlegend was völlig über den Haufen wirft. Kann natürlich immer mal wieder passieren, aber man merkt es, glaube ich, schon an dieser Einleitung meiner Antwort. Eigentlich mache ich alles mehr oder weniger genauso weiterhin wie früher. Ich vertrete meine gleichen Meinungen und Positionen auf jeden Fall noch wie vor anderthalb Jahren. Man lernt natürlich immer noch mal so kleine Details dazu, aber ich erwische mich in Anführungsstrichen auch immer mehr selber dabei, dass man gar nicht mehr so kleinen Hypes in Anführungsstrichen hinterher rennt oder Dingen, wo man früher vielleicht irgendwie dann sich sehr stark darauf fokussiert hat, um im Endeffekt so das Resümee für sich zu ziehen. Ja, es war mal nett zu wissen, aber unterm Strich mache ich das vielleicht entweder schon automatisch ganz von alleine richtig oder es ist gar nicht so relevant, sodass so Erkenntnisse in dem Sinne jetzt gar nicht für mich großartig neu hinzugekommen sind. Man lernt natürlich immer noch mal dazu. Man vergisst auch immer wieder ganz viel. Das ist, glaube ich, auch alles normal im Leben. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, derselbe wie damals, nur etwas älter. Wir beide werden ja auch älter. Ich habe auch gesehen, du hattest ja gerade vor kurzem auch Geburtstag gehabt und da noch einen entsprechenden Text mit kleinen Learnings, sage ich mal so, bei dir im Blog online gesteckt gehabt. Den habe ich mir gestern noch ganz schnell angeschaut, weil ich das charmant fand von der Idee her tatsächlich. Und ich glaube, sowas ist vielleicht mehr. Man zieht so kleine Learnings im Leben mit sich, kriegt man immer weitere dazu. Aber ansonsten, ja, man wird älter, man wird dünner, man wird schwächer. Was mit dem Alterungsprozess vielleicht gar nicht vermeidbar ist. Aber man wird vielleicht auch ein bisschen klüger und ein bisschen geerdeter mit der Zeit immer mehr. Wie alt bist du jetzt? Ich werde in anderthalb Monaten, ich habe ja zwei Monate gesagt, in anderthalb Monaten werde ich 40. Das ist ja so auch nochmal so die magische Grenze, wenn man das so ausdrücken möchte. Was würdest du denn sagen, jetzt, wenn du sagst, du wirst älter, hast du da Unterschiede gemerkt jetzt wirklich, also merkst du, dass du auch muskulär da schon Veränderungen machst? Ich glaube, bisher nicht. Man sagt ja immer so ein bisschen so, ab 40 geht es abwärts, sage ich mal so, als grobe Richtlinie. Wobei, ja, Alter und Training, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Da hat man ja früher immer gedacht, dass der körperliche Verfall quasi so ein Automatismus ist, der gar nicht aufzuhalten wäre. Inzwischen ist man da ja auch durchaus weiter, auch weil es daran liegt, dass man immer mehr Menschen auch hat, die ein Leben lang Sport treiben, auch gut orientiert Sport treiben. Und so gesehen bin ich noch, in Anführungsstrichen, genauso leistungsfähig wie vor fünf Jahren. Leistungsfähiger vielleicht sogar als vor zehn Jahren, insbesondere was so den Laufbereich angeht. Aber man wird vielleicht auch ein bisschen körpersensibler und ich glaube, so kleine Wehwehchen, sage ich mal so, oder Problemchen. Das Leben eines Sportes besteht ja auch darin, dass man ein Problem löst und dann das nächste quasi aufs Tableau kommt. Das ist, glaube ich, völlig normal. Und da sammelt man dann ja sicherlich über die Jahre immer mal wieder neue Sachen, womit man früher nicht Probleme hat. Dafür hat man andere Sachen in den Griff bekommen. Aber ansonsten stehe ich immer noch morgens auf, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ich brauche erst mal fünf Minuten, um mich bewegen zu können. Und ich habe weiterhin meine körperliche Leistungsfähigkeit. Und ich denke mal, das wird sich auch in anderthalb Monaten nicht von einem Tag auf den nächsten ändern. Das heißt, ich bin dann noch gut der Dinge, dass ich auch mit 40 noch weiterhin gut beisammen sein werde. Aber natürlich gibt es durchaus so Sachen wie Hormonhaushalt und andere Kleinigkeiten, so Stoffwechsel, die auch von heute auf morgen nicht schlechter werden. Aber wo dann jetzt vielleicht langsam das Alter kommt, wo ich mich vielleicht damit beginnen muss, intensiver auseinanderzusetzen. Das muss ich mal sehen. Ist auf jeden Fall für mich dahingehend ganz spannend. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon mal drüber gesprochen gehabt, dass ich ja auch ein paar Bücher geschrieben hatte. Und ich weiß, es haben immer wieder Leute auch in der Vergangenheit mich mal so angesprochen mit, so wie ich das so Training im Alter und ab 40 und ich weiß nicht was irgendwie, wie ich das sehen würde. Und ich tue mich immer schwer, über Dinge oder mich zu Dingen zu positionieren, die ich nicht selber leben kann oder ausprobieren kann. Und dahingehend freue ich mich auf eine gewisse Art und Weise auf das Älterwerden, dass das jetzt auch wieder ein neues Lebenskapitel wird, wo ich neue Dinge lerne und vielleicht für mich wieder im Sinne von eine neue Herausforderung finde, zu beweisen, es muss nicht das und jenes passieren. Ich muss nicht irgendwie mit 40 plötzlich körperlich dem Verfall mich ergeben und quasi habe dann keine körperliche Leistungsfähigkeit mehr und werde nur noch dünn und dick, so nach dem Motto. Aber das wird sich dann zeigen, ob das wirklich so alles klappt, wie ich es mir vorstelle. Ja, das ist tatsächlich spannend. Ich finde auch die Sichtweise, die mag ich sehr, teile ich auch. Ich habe mir gerade gestern, wurde das geliefert, so einen Speicheltest bestellt, wo ich auch mal meinen Hormonstatus bestimmen wollte. Jetzt ist natürlich auch das immer Hormone, das ist immer eine Snapshot-Aufnahme, aber das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ich finde es interessant, sich einfach mit solchen Fragestellungen zu beschäftigen und dann auch zu experimentieren. Das ist natürlich auch etwas, was man dann mit 30 nicht machen kann. Also schön. Wie sieht es bei dir, was das Training angeht, aktuell aus? Als wir das letzte Mal gesprochen hatten, hast du Krafttraining gemacht und eben auch Marathon-Training, also das Modell des Hybridathleten. Das war ja auch das Thema unserer letzten gemeinsamen Folge, die ich auch in den Shownotes nochmal verlinke. sehr hörenswert finde ich für alle und besonders für diejenigen, die eben auch mehr über die Kombination von Ausdauer und Kraftsport wissen wollen. Nach meinem Wissen kombinierst du das ja weiterhin beides. Wie sieht so deine Trainingsroutine im Moment aus? Im Prinzip, so langweilig das jetzt klingt, sieht die noch genauso aus wie vor anderthalb Jahren und wie ich es auch in meinem Buch ja auch im Prinzip dargestellt hatte. Ich habe also weiterhin zwei Lauftage, wovon einer eben ein langer, nüchtern Lauf ist und einer ein, in Anführungsstrichen, zügiger Lauf. Warum in Anführungsstrichen? Da kommen wir heute wahrscheinlich nochmal im Rahmen des ganzen heutigen Themas zu. Ich habe weiterhin zwei reguläre Krafttrainingstage, wo der eine halt so ein bisschen mehr auf Druckübungen und der andere ein bisschen mehr auf Zugübungen fokussiert ist. Und ich habe weiterhin einen fünften Trainingstag, ich nenne ihn immer Conditioning-Tag, wo ich dann sowas mache wie Freeletics, was vielleicht viele kennen, oder ich rudere auf ein Konzept-2-Gerät oder mache mit Kettlebells irgendwas. Also die wechselt tatsächlich jede Woche die Einheit und hängt auch so ein bisschen davon ab, wie ich mich fühle. Aber das sind weiterhin meine fünf Einheiten, die ich schon in unserem letzten Gespräch gemacht hatte und die ich jetzt auch schon seit einigen Jahren eigentlich so mache, was so, wie soll ich es ausdrücken, so eine Balance und so ein Maximum ist für mich zumindest, wenn ich noch Familie, Beruf und alles weiter miteinander kombinieren möchte, was also in den Alltag für mich integrierbar ist. Und ohne, dass da jetzt irgendwie meine Familie darunter leiden müsste oder ich vielleicht nur, weiß ich nicht, 20 Stunden die Woche arbeiten könnte anstatt 40 oder sowas, weil ich halt so viel Sport machen muss oder, also du weißt sicherlich, wie ich es meine. Also das ist so gut in den Alltag noch für mich integrierbar und mehr Einheiten wären nicht zielführend und bei weniger Einheiten fühle ich mich wiederum weniger wohl, beziehungsweise mir fehlt dann was, das merke ich tatsächlich, weil irgendwo müsste ich es dann erkürzen. Ich müsste dann weniger laufen oder ich müsste weniger Krafttraining machen, aber ich möchte weiterhin beides machen. Es macht mir weiterhin alles Freude und Spaß und ich würde irgendwas vermissen, wenn ich es nicht mehr tun würde. Und die beiden anderen Tage sind dann Ruhetage für dich? Ja, genau. Das ist auch relativ fest, beziehungsweise man strukturiert ja sein Leben auch so ein bisschen durch, gerade wenn man Familie hat und alles. Und das eine ist halt der Montag und das andere ist der Donnerstag und dann wird halt Montag und Donnerstag in der Regel auch eingekauft. Und meine Frau hat dann zum Beispiel auch Sachen, die sie am Montag, am Donnerstag macht. Und wir haben eine kleine Tochter, die habe ich dann in jedem Fall halt montags und donnerstags, wenn sie halt ihre Sachen dann da macht. Und das sind so, ja man findet ja auch gemeinsam in einer Familie zusammen, wie man seinen Alltag arrangiert. Also Sport ist ein wichtiger Teil des Lebens, aber er ist eben Teil des Lebens und das Leben bestimmt dann letztendlich die Taktung. Wie lang geht so ein Krafttraining bei dir? Gar nicht mal so lang. Also mit vorher ein bisschen mobilisieren. Ich sage ein bisschen, weil so viel ist das bei mir jetzt gar nicht mehr. Ich mache vielleicht fünf bis 15 Minuten, eher so fünf bis zehn vorher. Und bin dann effektiv letztendlich im Kraftraum, vielleicht 45 bis maximal 60 Minuten. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob ich trödel und B, ob ich Beintraining noch mit vorher heransitze. Also ich sagte ja, das eine ist Druck und das andere zugorientiert. Und beim Druckorientierten, also sprich wo ich Bankdrücken mache und Schulterdrücken und solche Übungen, da beuge ich halt vorher auch noch. Und das kostet dann halt dadurch, dass man da auch mehr Aufwärmsätze braucht und etwas mehr Gewicht vielleicht bewegt und etwas mehr Pause zwischen den Sätzen vielleicht benötigt. Da kann es dann sein, dass diese Einheit dann eben 60 Minuten eher dauert als 45. Aber viel länger ist es gar nicht. Gar nicht mal so aus der Perspektive, was man ja vielleicht schon mal so gehört hat, dass der Testosteronspiegel dann irgendwie absenken würde nach einer Stunde oder das Training dann irgendwie ineffizienter werden würde aufgrund hormonaler Veränderungen, sondern eigentlich vielmehr so aus dem Punkt heraus, dass ich für mich an einem Punkt, was die Intensität angelangt bin, gekommen bin, dass jeder weitere Satz, das macht dann oder bringt mir dann nicht mehr wirklich viel mehr, was ich in diesen ersten paar Sätzen oder diesen ersten 45, 60 Minuten nicht an Leistung geschafft habe, nicht an Reizsetzung, sag ich mal so, was ja im Training das Ziel ist, erreicht habe. Das schaffe ich dann auch in den 15, 20 Minuten danach nicht mehr, weil ja, der Muskel ist dann auch platt auf Deutsch gesagt, wenn man das mal so bildlich aussprechen möchte. Okay und dann fällt mir immer auf, auch wenn ich so Fotos von dir sehe auf Instagram, du bist ja wirklich in Topform, auch durchgängig finde ich und da spielt ja auch die Ernährung eine Rolle. Trackst du die eigentlich oder hast du da einfach so eine Routine? Also ich tracke. Ich weiß, dass das für viele eine Anstrengung ist oder eine Belastung. Ich weiß gerade gestern, vorgestern hatten wir auf Arbeit das Thema gehabt, da hat die Medizinische Hochschule hier in Hannover, also ich arbeite in Hannover, hat so eine Art Gesundheitsprojekt gemacht gehabt und im Rahmen dieses Gesundheitsprojektes wurde den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen angeboten, dass man quasi so auch was für seine Gesundheit tun kann, so ein bisschen eine Einführung, wie man sich ernährt, wie man sich bewegen soll und unter anderem meinte dann eben eine Kollegin, die daran teilgenommen hatte, die ist schon ein bisschen sehr lebenselter, also die geht langsam so auf die Pension zu, die meinte, dass sie das interessant und gut fandet, aber für viele das zu viel Aufwand war und ohne, dass ich jetzt nachgefragt hatte, meinte sie dann zu viel Aufwand, dass das der Punkt gewesen wäre, dass man hätte fünf Tage lang seine Ernährung tracken müssen. Da musste ich innerlich ein bisschen schmunzeln, weil ich das auf der einen Seite nachvollziehen kann, dass das für manche Menschen belastend und anstrengend ist, wiederum ich eben für mich da absolut gar keine Belastung drin sehe, das kostet mich am Tag nur wenige Minuten. Ich mache das manchmal sogar einfach nur, wenn ich mein Auto abgestellt habe und zum Dienstgebäude gehe, dass ich da auf diesem zwei Minuten Weg ganz kurz mein Essen reintrecke, weil vielleicht so als kleinen Tipp auch da draußen für diejenigen, die so Schwierigkeiten haben mit dem Tracken, man isst ja eigentlich irgendwann häufig so, also es gibt ja Lebensmittel, die isst man sehr gerne und es gibt Sachen, die schmecken einem und ich habe einfach einen Sockel, sage ich mal so, also ich nenne das Sockel. Das heißt, das sind Lebensmittel, die esse ich halt jeden Tag. Das ist vielleicht sowas wie eine Portion Magerquark oder das ist sowas wie Haferflocken mit Milch aufgekocht oder irgendwie sowas. Diese Portionen sind immer gleich groß, das heißt, da muss ich dann auch nicht großartig nachdenken oder ich weiß dann, das schmeckt mir und das esse ich gerne und ich weiß nicht was. Und dazu kommt dann eben Sachen, auf die ich gerade an dem Tag Lust habe und die werden dann halt nochmal extra hinzugetrackt. Aber das erleichtert zum einen das Tracken, das erleichtert so ein bisschen den Überblick bei der Planung zu haben und bietet dann eben auf der anderen Seite den Vorteil, dass man in Anführungsstrichen Kontrolle hat und sich nichts in dem Sinne jetzt verbieten muss oder nicht irgendwie Regeln aufstellen muss. Ich darf nur alle paar Tage ein Eis essen und Schokolade essen, sondern ich esse halt Eis und Schokolade, wenn ich möchte. Das plane ich dann auch nicht irgendwie morgens schon, dass es heute ein Eis geben wird, sondern wenn ich eins möchte und im Sinne von ich möchte dann wirklich eins, dann esse ich einfach eins und dann ist das eben so und dann wird es getrackt und dann ist gut und dann habe ich halt eine Übersicht und habe dadurch halt eine gewisse Kontrolle, weil letztendlich das Wissen, das wird ja den meisten auch bekannt sein, letztendlich ist es ja kein Geheimnis, Kalorien-Input, Kalorien-Output, also die Kalorien-Bilanz, wie viel ich verbrauche und wie viel ich aufnehme, wenn das ausgeglichen ist, beziehungsweise ja doch, wenn das ausgeglichen ist, dann nehme ich weder zu noch ab, mal ganz doof gesagt und mal ganz einfach dargestellt. Das ist dann in der Praxis manchmal ein bisschen schwierig, wegen Schwankungen bei den Lebensmitteln, was die Kalorien angeht, wegen Schwankungen bei der Bewegung, wegen Ungenauigkeiten bei der Messung, aber das sind so Sachen, die spielen sich ein, dann zieht man vielleicht mal hier ein bisschen Wasser und da vielleicht eben so ein bisschen weniger oder hat ein bisschen mehr Darmen halt und dadurch spielt die Waage dann vielleicht ein bisschen verrückt, aber das sind so Erfahrungen, die sammelt man mit der Zeit, wo man dann gerade steht und wo man da so eine halbwegs für sich auch entspannte Herangehensweise gefunden hat und vor allem das Tracken nicht als Stress empfindet, das ist das Allerwichtigste, es sollte nie als unangenehm und als stressig empfunden werden, dann ist das meiner Ansicht nach so die beste Sache, die man machen kann. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Konto, mit dem Geld, was wir auf dem Konto haben. Da kann ich auch nach Bauchgefühl gehen, das funktioniert vielleicht bei dem einen oder anderen gut, aber wenn man es dann vielleicht genauer haben möchte oder wenn man vielleicht irgendwie auch für andere mitwirtschaftet oder ähnliches, dann kann das hilfreich sein, dass man vielleicht ein Haushaltsbuch führt, beispielsweise. Und das kann mich aber auch stressen, beispielsweise alles eintragen zu müssen. Und ich bin aber jemand, der auch gern durchaus mit Zahlen umgeht, der Kontrolle gerne hat, der gerne einen Überblick hat und von daher ist das für mich halt, das war jetzt eine sehr lange Antwort gewesen, aber von daher ist das für mich der richtige Weg. Ich habe in diesen vielen Jahren, die ich jetzt Sport treibe, auch immer wieder Jahre gehabt, wo ich das nicht gemacht habe, wo ich nicht getrackt habe, aber das ist inzwischen schon, ich glaube die letzten sechs, sieben, acht Jahre tracke ich jetzt durch und das heißt dann aber auch nicht irgendwie, dass ich nicht auswärts essen gehe oder sowas, sondern oder bei, keine Ahnung, bei meiner Mama gar nicht essen gehe oder sowas oder sage, es geht jetzt nicht und ich muss meine Waage erstmal rausholen, bevor sie mir den Teller füllen darf, sondern da wird das dann mit gesundem Menschenverstand um Pi mal Daumen getrackt. Also A, ist das dann nicht ganz so wichtig und B, kriegt man ja mit der Zeit auch so ein gewisses Gefühl dazu, was Nudeln, Kartoffeln und so weiter, wie viel das so Pi mal Daumen auf dem Teller, wie das aussieht, bestimmtes Gewicht. Und wenn ich mich dann da mal irre und das dann vielleicht irgendwie zu viel oder zu wenig ist, dann relativiert sich das ja über die Woche. Ich esse ja nicht irgendwie andauernd nur auswärts und andauernd Sachen, die ich nicht kenne, sondern den Großteil der Zeit koche ich ja für mich selber, koche auch für meine Frau, also ich bin derjenige, der zu Hause kocht und koche dann auch für uns dann gemeinsam und weiß ja dann, was ich reingemacht habe so ungefähr. Das ist wirklich das Allerwichtigste, dass man sich halt, dass man das Tracken nicht mit was Negativen verbindet, so wie mit allen anderen Sachen auch, die man dauerhaft machen möchte. Also jetzt nicht nur im Sport, sondern überall im Leben, weil ansonsten funktioniert es ja nicht. Ja, absolut. Ich setze mir mal einmal im Jahr so Ziele fürs nächste Jahr auch mit meiner Partnerin zusammen und eins meiner Ziele, also letztes Jahr im September, also jetzt, wo die Folge erscheint, wäre demnächst auch wieder Zeitpunkt fürs nächste Jahr Ziele zu setzen, war ein Ziel von mir. Ich möchte jede Nacht mindestens sieben Stunden schlafen an sechs Tagen die Woche. Also um da auch mal, ist halt manchmal so, wenn man auf einer Hochzeit ist oder irgendwas. Und ich habe bei mir gemerkt, wenn ich es nicht tracke, kriege ich es nicht hin. Also ich verliere dann auch schnell den Überblick. Die Frage ist ja, wüsstest du jetzt, ohne irgendwie nachzugucken, wie lange du vor drei Tagen geschlafen hast. Das Gleiche ist ja auch mit der Ernährung. Also dieses, sich einmal die Sache bewusst zu machen, indem man es aufschreibt oder irgendwie auf eine Art und Weise notiert, hilft einem auch zu checken, bin ich hier auf Kurs oder nicht. Und ich hatte in den letzten Wochen auch Wochen, wo ich dieses Ziel definitiv nicht erreicht habe, wo ich weniger geschlafen habe und dann weiß ich, okay, ich darf hier wieder ein bisschen nachjustieren. Ich mag das. Also ich, das Schöne ist ja auch, dass du den Effekt dann merkst. Das ist ja bei der Ernährung auch genauso, wenn du dich eine bestimmte Art und Weise ernährst, die gut für dich ist und mit der du dich wohlfühlst, merkst du ja sofort, dass du dich besser fühlst. Und also das ist auch etwas, was ich noch stärker merke, je älter ich werde, wie viel Power ich habe, wenn ich genug schlafe. Du merkst schon, wir hatten das ja letztes Mal auch schon, ich bin ja auch ein Riesenfreund, von dem Dinge bewusst machen, in Form von einfach aufzeichnen und tracken. Gibt es etwas, was du empfehlen würdest bei Menschen, die nicht selbst kochen? Also wo jetzt zum Beispiel der Partner derjenige ist, der die Mahlzeiten zubereitet? Erkennen hat die Schwierigkeit eigentlich weniger, weil gerade wenn der Partner es zubereitet, dann glaube ich und der Partner vielleicht Verständnis dafür hat, was man selber macht und dass das vielleicht einem selber wichtig ist, dass man sich mit seinem Training und seiner Ernährung auseinandersetzt. Weil ich glaube, das ist wichtig in der Partnerschaft. Meine Frau zum Beispiel treibt fast gar keinen Sport und ist, was sie will, in Anführungsstrichen. Also hat gar keinen Überblick über ihre Ernährung und hat auch wenig Interesse an dem, was ich mache sportlich. Also wir führen da, was das angeht, haben wir gänzlich unterschiedliche, komplett widersprüchliche Hobbys, wenn man das so ausdrücken möchte. Also sie hat ihre Tiere und sie hat ein Pferd und keine Ahnung was. Und ich glaube aber gerade, also um das auch zu verdeutlichen, dass ich nicht irgendwie hier die Partnerin ihr zu Hause habe, die irgendwie die im Fitness-Lifestyle oder sowas leben würde, sondern ganz im Gegenteil. Aber trotzdem hat man ja Verständnis in der gesunden Partnerschaft füreinander. Und ich glaube, wenn man dann seiner Partnerin, seinem Partner sagt, hier, ich würde gerne wissen, was du da kochst, beziehungsweise ich würde es gerne für mich tracken, dann ist das ja nicht sonderlich schwierig, dass dann vielleicht wie bei einem Rezept einfach nur abgewogen wird oder kurz notiert wird. Was habe ich denn da jetzt reingemacht? Und wenn ich dann beispielsweise jetzt eine Suppe koche oder eine Soße zu meinen Kartoffeln jetzt beispielsweise mache. Die Kartoffeln kann man ja einfach abwiegen dann. Dann muss die Partnerin oder Partner nicht viel machen. Aber wenn dann eine Soße gemacht wurde, die halt mit unterschiedlichsten Lebensmitteln kombiniert wurde, dann kann man einmal ja vielleicht den Topf für sich selber wiegen. Da muss man dann auch die andere Person nicht mit belasten, sondern das macht man selber für sich. Und dann wiegt man einfach diesen Topf einmal mit der Soße. Und dann weiß ich, da ist halt so und so viel Soße drin. Da sind die Lebensmittel drin. Und dann kann ich mir das ja durch so und so viel teilen. Also ein einfacher Dreisatz der Mathematik oder mit dem Taschenrecher hin zur Not. und ab dann weiß ich dann ja auch, was drin ist. So jetzt mal als Beispiel bei einer Soße jetzt, wo man vielleicht die größte Schwierigkeit sieht. Und ähnlich ist es ja auch bei Fleisch, bei Beilagen, die man macht und allen anderen Dingen. Und ob es dann vielleicht irgendwie ein paar Gramm oder Kilokalorien zu viel oder zu wenig sind, die man da trägt, das ist dann kein Punkt, über den ich mir jetzt zu viele Gedanken machen würde als derjenige, den es betrifft. Weil dann stresst es nämlich wieder. Sondern das sind halt Dinge, die verschwimmen dann in Anführungsstrichen in der Gesamtbetrachtung. Was ja auch daran liegt, weil eben so Kalorienangaben schwanken können, weil Lebensmittel natürliche Schwankungen haben, weil Angaben auf solchen Lebensmitteln gerundet sein dürfen, auch abgerundet sein dürfen. Was sicherlich der ein oder andere Süßigkeitenhersteller auch gerne mal machen wird. Also da gibt es ja wirklich rechtliche Grenzen, die kann auch jeder nachlesen. Was man abrunden darf und was man aufrunden muss oder in welchen Bereichen es sich einfinden muss, damit es so aufgedruckt werden darf auf das Etikett. Und von daher wird man sowieso nie die 120-prozentige Kontrolle haben. Und selbst wenn man sie hätte, was den Kalorieninput angeht, dann haben wir ihn wiederum beim Output nicht. Also ich benutze selbst auch so einen Fitness-Tracker. Der funktioniert für mich sehr gut, aber auch der hat ja gewisse Ungenauigkeiten. Auch der misst ja auch nur Werte und versucht mit Hilfe eines Algorithmuses dort entsprechende Kalorienangaben mir bereitzustellen. Und das sind sehr gute Orientierungen, aber das ist nicht die 120-prozentige Genauigkeit. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, dass man sich davon verabschiedet, dass man die 120-prozentige Kontrolle hat. Und viele Menschen neigen ja in vielen Lebensbereichen dazu. So diese ganz oder gar nicht Mentalität, was aber ja eigentlich völlig unsinnig ist. Also schon sehr gut oder schon sehr genau. Das reicht ja in den allermeisten Fällen. Wenn man nicht gerade irgendwie, ich weiß nicht, bei der Nase arbeitet und die Mondlandung vorbereiten möchte, da muss man vielleicht schon eine 20-prozentige Genauigkeit an den Tag legen. Aber in den allermeisten anderen Lebensbereichen kommt es darauf ja dann auf den letzten zwei, drei, vier Prozent nicht an. Ja, so ist es. Und ich muss immer an diesen Spruch denken, ganz oder gar nicht, gleich gar nicht. Ja, ist auch letztendlich so. Weil man dann entweder scheitert, weil man dann abbricht, weil man dann frustriert ist an irgendeinem Punkt. Und wie du schon sagst, das führt in der Regel eigentlich zum gar nicht. Also ich weiß, du experimentierst ja auch gerne, was die Ernährung angeht. Hast du da irgendwie was Neues entdeckt für dich in den letzten anderthalb Jahren? Nein, eigentlich gar nicht. Was ich gemacht habe, ich habe ein Verdauungsbuch geschrieben, beziehungsweise ein Buch über Verdauungsprobleme. Also es heißt Verdauungsprobleme bei Kraftsportl und Bodybuilding, was quasi für mich nochmal so ganz interessant war, dass ich mich halt durch ganz viel Literatur gefressen habe. Achtung Wortspiel. Was halt mit Verdauung zu tun hat, also auch so was Stuhltests angeht, was Darmbakterien angeht, was kleine Verdauungsproblemchen angeht. Das war nochmal für mich so, was ich vorhin auch schon eingangs sagte, so mal nice to know. Da habe ich ganz viel wahrscheinlich schon wieder selber vergessen, was ich im Buch nie geschrieben habe. Und ich erwische mich manchmal dazu, so wenn ich so mein erstes Buch war damals Ernährung von Kraftsportlern, wo ich das nochmal in die Hand nehme und dann so durchblättern, denke ich mir, ah, das ist ja cool, dass du das damals aufgeschrieben hast. Das ist ja spannend zu wissen, weil es einfach für die Praxis gar nicht mal so relevant ist, wenn man das schon wieder vergisst oder so nebenbei richtig macht, sage ich mal so. Aber das Verdauungsbuch war für mich dahingehend mal ganz interessant für mich nochmal zu wissen und mal so einen Überblick nochmal zu haben mit Lebensmitteln und der Wirkungsweise und ähnlichen Dingen und was eben erlaubt ist und auch nicht erlaubt oder erlaubt ist und nicht erlaubt ist, aber beim Etikettieren, beim Zusammensetzen von Lebensmitteln. Spannend. Ja, das hattest du ja eben schon angesprochen. Das ist mega interessant. Da habe ich mir auch gleich eine mentale Notiz gemacht. Das darf ich auch nochmal recherchieren. Schön, dass du das alles auch schon aufgearbeitet hast. Also das Buch heißt Verdauungsprobleme für Kraftsportler und Bodybuilder. Verlinke ich in den Shownotes und da bin ich selbst auch schon ganz gespannt drauf. Also gibt es ja doch einige neue Erkenntnisse. Gut, dass ich gefragt habe. Ja, neu ist ja immer die Frage. So für andere ist es vielleicht nicht neu. Für einen selber ist es dann vielleicht neu. Und es war für mich auf jeden Fall, das ist ja glaube ich immer so, wenn man sich mit Themen nochmal ganz intensiv auseinandersetzt und dann versucht so das für die Praxis Relevante rauszufiltern. Denn das ist ja immer mein Anspruch, dass ich nicht nur ganz viel Theorie zusammenpacke oder das Papier möglichst mit Wörtern empfülle, sondern versuche eben das, was praktisch relevant ist, daraus zu filtern und vielleicht noch mit eigenen Erfahrungen ein bisschen einzuordnen. Das war für mich halt nochmal so ein ganz interessanter Punkt, sag ich mal so. Also es war für mich eins meiner Lieblingsprojekte, was so meine Bücher angeht. Und im gleichzeitigen Wissen, dass es vermutlich jetzt nicht so der große Verkaufsknaller wird, denn das ist ganz spannend. Viele Leute haben ja tatsächlich Verdauungsprobleme, immer mal wieder kurz oder auch mal langfristig, gerade auch im Sportbereich aus unterschiedlichen Gründen. Also jetzt, wenn wir gerade so einen intensiven Bodybuilding-Bereich reingeben, wenn Leute dort eben sich sehr einseitig über viele Jahre im Weg trainieren. Das provoziert Verdauungsprobleme, sei es jetzt sowas wie Blähung, sei es sowas wie Durchfall, sei es sowas wie ein aufgedunselter Magen, sag ich mal so. Und das Problem ist ja häufig in vielen Lebensbereichen, wir machen uns über vieles keine Gedanken, wenn es gut läuft oder wenn wir keine Probleme haben. Und wenn dann so ein gewisser Punkt überschritten ist, also gar nicht mal so dieser ganze Prozess begonnen hat, sondern ein gewisser Punkt überschritten ist und es uns stört oder doch die Probleme jetzt groß genug sind, dann beginnen wir uns erst damit auseinanderzusetzen. Das ist ja wie mit dem Dickerwerden oder Muskeln abbauen oder Schmerzen haben oder sowas. Das akzeptieren wir alles irgendwie, aber irgendwann an einem Tag wachen wir morgens auf und das stört uns. Und die ganzen Tage vorher nicht und die ganzen Wochen vorher nicht und vielleicht auch Jahre vorher nicht. Und dann erwarten wir immer, dass es sich von heute auf morgen löst und irgendwer uns sofort sagen kann, woran es liegt. Aber so leicht ist es ja eben selten, bis nie. Und darangehend fand ich für mich selber so das ganze Verdauungsthema mal ganz interessant und spannend, mir das mal selber mich mit auseinanderzusetzen. Mega spannend. Gibt es etwas, was du jetzt durch die Beschäftigung mit dem Thema auch für dich geändert hast in deinen Routinen? Oder war das eher eine Bestätigung, dass du ganz gut unterwegs bist? Also ich habe mich ja vorher vor dem Buch schon ein bisschen begonnen gehabt, mit auseinanderzusetzen und Stuhltests gemacht und selber für mich festgestellt, dass da meine Darmflora nicht ganz optimal war. Und bei mir lag es vermutlich, das ist auch mal so ein bisschen schwierig zu sagen, weil Stuhltests auch ähnlich wie Hormontests auch mehr oder weniger Momentaufnahme sind. Und dann ist das immer auch so ein bisschen eine Frage, welchen Teil des Stuhls sie da auch wirklich dann im Labor gerade untersuchen. Aber ich hatte halt eine nicht ganz so optimale Darmflora, ich hatte einen nicht ganz optimalen pH-Wert und das lag bei mir vermutlich, weil ich habe es jetzt deutlich besser auch wieder alles in den Griff bekommen, an der typischen Fitnessernährung mal so auszudrücken, also sehr eiweißreich und etwas zu sauer im Sinne von, ja, nicht basisch genug. Und dann kann man da auf zwei Weisen gegensteuern, indem ich entweder Gemüse esse oder halt entsprechende Mineralprodukte, also Supplements zu mir nehme. Aber das Gemüse kann halt ab einem gewissen Maße auch wieder zum Problem führen, dass ich dann zu viele Ballaststoffe oder bestimmte Ballaststoffe zu viel zu mir führe, die auch wieder zu Verdauungsproblemen führen. Und ich habe quasi für mich daraus ein bisschen das Learning gezogen, was für mich persönlich gut funktioniert, auch so in meinem Zusammenhang mit meinem Sportpensum und meiner Ernährung, dass ich halt ein Basenpulver, ein Basenpulver ist letztendlich ja nichts anderes als Magnesium, Kalium und andere Mineralien in einer gut aufnehmbaren Form, dass ich das halt ergänzend zu mir führe und damit tatsächlich gut fahre im Sinne von, meine Darmbakterienkultur hat sich verbessert, mein Stoffwechsel hat sich im Sinne von, ja, der Stuhlgang hat sich verbessert, das ist vielleicht ein ganz pikantes Thema, aber da redet man selten drüber. Und betrifft jeden, ne? Genau, betreffend tut es trotzdem jeden, der Stuhlgang ist besser geworden und ich habe etwas Indulin in meine Ernährung tatsächlich integriert, was also Futter für die Darmbakterien ist. Jetzt auch nicht große Mengen, nicht Unmengen, also wirklich nur ein bisschen, aber viel mehr brauchen die Darmbakterien ja auch nicht. Ah, interessant und du hast dann nachgetestet und es ist besser geworden. Ja, genau. Was für einen Basenpulver verwendest du? Ja, da fragst du mich jetzt gerade tatsächlich zu viel, also ich weiß sie tatsächlich gerade nicht. Worauf man achten kann, ist die Form des Ganzen, also ich habe einen Citranpulver, das ist eine in der Regel sehr gut aufnehmbare Form, meins enthält kein Natrium, das ist für die meisten Menschen auch tatsächlich sinnvoll und zielführende, wenn man sehr viel läuft oder sehr viel Ausdauersport macht, also dadurch sehr viel schwitzt, dann kann auch durch eins mit Natrium sinnvoll sein oder man ergänzt einfach Salz zusätzlich nach den Trainingseinheiten, also dann vielleicht, dass man das Natrium lieber einzeln nimmt und dafür dann ein Basenpulver, was kein Natrium enthält, was aber die meisten inzwischen tatsächlich auch machen. Also wichtig ist es tatsächlich dann darauf zu achten, dass die Mineralstoffformen daran vernünftig sind, also Citrate, damit macht man in der Regel eigentlich nichts falsch. Also Magnesium hauptsächlich und Kalium? Magnesium, Kalium, Zink ist drin und Kalzium ist da häufig auch noch drin, sind so diese typischen Citratpulver, aber da gibt es ganz viele auf dem Markt, da kann man sich sicherlich das raussuchen, was einem vom Anbieter her gefällt. Ja, Hauptthema heute ist ja das Thema Bandscheibenvorfall. Ich weiß noch, vor jetzt knapp einem halben Jahr hatten wir uns auch ausgetauscht, ich hatte mir zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, mir den Rückenmuskel, Quadratus Lumborum, für die Trainer uns gezerrt. Das war eine ganz neue Erfahrung, da dachte ich, ich bin auf einmal 90 Jahre alt, konnte mir noch nicht mal mehr die Schuhe zubinden. Zum Glück heilt sowas ja immer relativ schnell. Trotzdem war ich ein paar Tage völlig immobil und zu dem Zeitpunkt hatten wir uns irgendwie ausgetauscht gerade und du sagtest mir auch, ich bin hier gerade am Recherchieren, du hast mir übrigens auch ein paar coole Tipps gegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon zurückgegeben habe, hier von den Prehab Guys hatte ich mir damals einen Kurs gekauft, war auch sehr interessant. Ich verlinke das nochmal, das sind sehr spezielle Kurse für eigentlich so Reha-Themen oder auch Mobilisation. Interessant ist ja, wie du auch da hingekommen bist von damals und jetzt, ich hatte es im Intro schon erzählt, vor anderthalb Wochen bist du deinen ersten Marathon seitdem wieder gelaufen und dann noch in einer Top-Zeit unter vier Stunden bei Hitze, also was ja eine ziemlich ja auch schnelle Regeneration wieder ist. Und es würde mich erstmal interessieren, wie fing das denn an? Also was war das für ein Moment, als du gemerkt hast, irgendwas stimmt hier gerade nicht? Ja, also Bandscheibenvorfälle, die passieren ja eigentlich nicht so von heute auf morgen. Im Sinne von, wir haben zwar schon dieses plötzliche Ereignis, aber da wird sich irgendwas über die Zeit angesammelt haben. Und ich selbst mache ja jetzt bald seit 25 Jahren Sport, intensiven Sport in der Regel eigentlich auch, da sind Verletzungen eigentlich nicht 120% vermeidbar. Das kommt irgendwann mit der Zeit, das ist einfach so. Und das war tatsächlich zu Beginn des Jahres gewesen, gerade erste Januarwochenende und ich weiß gar nicht warum. Es war dumm eigentlich von mir gewesen. Ich habe da tatsächlich an diesem Wochenende relativ viel gemacht. Ich hatte vorher immer schon mal, immer wieder, oder ich habe seit Jahren eigentlich schon mit der linken Seite irgendwie so ein bisschen Probleme. Ich bin leicht schief in der Hüfte. Ich war schon bei diversen Ärzten, Physios, Osteopathen, alles was man sich vorstellen kann und habe dann alle möglichen Tipps bekommen, die ich in der Regel alle schon umsetze und umgesetzt habe. Das wird auch zum Teil durchs Regen damals früher gekommen sein. Ich habe ein Powerlifting früher mit dem Kreuzgriff gehoben. Also dadurch so ein bisschen schief und dadurch immer schon links so ein bisschen Probleme und ich sage mal so seit 10, 12 Jahren bestimmt immer mal wieder zum linken Hintern, also der Gluteus Maximus, das ist ja quasi der große Hinternmuskel und dann gibt es noch den Medius und den Minimus. Der Minimus ist darüber und der Medius an der Seite oder andersrum. Das weiß ich gerade gar nicht genau. Und die sind aber bei mir früher immer mal wieder verspannt gewesen. Und auch mal so verspannt im Sinne von, dass ich immer mal wieder dann vielleicht eine Woche lang nicht richtig schwer heben oder beugen konnte, ohne dass es mir Probleme gemacht hätte. Also wirklich unangenehm. Aber es war immer muskulär gewesen. So habe dann aber auch nicht darüber nachgedacht, dass wenn der Muskel da nicht richtig arbeitet, das natürlich auf den gesamten Körper irgendwo Einfluss nimmt, was Haltung, was Bewegung, was Ausgleich durch andere Muskeln angeht. Das heißt, da wird vermutlich schon ein gewisser Prozess in all den Jahren gewesen sein, wer mich anfälliger gemacht hat in dieser einen Bandscheibe, die jetzt quasi betroffen war und hatte dann im ersten Januarwochenende, ich sagte schon, es war dumm, ich weiß so gar nicht warum, sehr viel mehr gemacht. Also im Sinne von, ich hatte dann am Freitag mein Krafttraining gemacht, bin danach laufen gewesen, hatte dann am Samstag mit Kettlebells ein paar neue Übungen ausprobiert, die sehr auch sehr komplex waren und auch Rotation in der Wirbelsäule erfordert haben und habe da vermutlich auch jetzt vielleicht nicht ganz so korrekt gearbeitet, wie es vielleicht sein sollte, vielleicht auch etwas zu viel Gewicht genommen in dem Augenblick. Bin danach dann nochmal laufen gegangen, relativ zügig, jetzt auch nicht so schnell, also am Freitag laufen, Samstag laufen und bin dann am Sonntag in meinen langen Nüchtern aufgegangen. Und das weiß ich nämlich noch sehr genau, weil die ersten drei Kilometer waren so, als wenn mir einer mit so einem Messer in die Hüfte, hinten links, in den Hintern so ein bisschen rein sticht, so in dem Bereich quasi. Also es war wirklich nicht nur so ein leicht stechendes Schmerz, sondern wirklich so, als wenn mir einer mit dem Messer rein sticht. Und ich war eigentlich kurz davor abzubrechen und habe es dann in dem Augenblick eigentlich, als ich aufhören wollte und schon nach Hause gehen wollte, nach zweieinhalb, drei Kilometern, war es auf einmal komplett weg. Und ich bin dann noch den Tag, ich glaube 32 Kilometer gelaufen und hatte aber den gesamten Lauf über keine Probleme und dachte, okay, da war der Muskel einfach nur komplett verspannt gewesen, der ist jetzt warm, der ist jetzt gut durchblutet. Ich habe nichts gemerkt gehabt mehr und bin dann halt ganz normal gelaufen. So Montag dann, ein bisschen Schmerzen gehabt, sage ich mal so, dachte ja gut, vielleicht der Muskel ein bisschen was mitbekommen, doch vielleicht irgendwie leicht gezerrt oder irgendwie sowas, würde schon wieder weggehen. Dienstag unangenehm gewesen, habe ich das Beugen schon mal weggelassen, weil ich einfach gemerkt habe, so geht einfach nicht. Ich fühle mich nicht sicher in dem Bereich, wenn die Hüfte, wenn das Gesäß arbeiten muss, also muskulär richtig arbeiten muss. Ja, und Mittwoch ging es dann los, dass ich Schmerzen hatte auf den 500 Metern vom Auto bis zur Dienststelle, im Sinne von, dass ich eigentlich schon Probleme hatte, wirklich diese 500 Meter zu gehen. Also das war schon zu viel eigentlich gewesen. Und ich meine, am Donnerstag war ich dann beim Arzt gewesen und da konnte ich dann auch keine 500 Meter mehr am Stück gehen. Das war quasi schon zu viel gewesen. Immer noch mit dem Gedanken, Mensch, das ist bestimmt nur irgendwie der Muskel, vielleicht hast du auch einen Faserriss jetzt, den du von außen nicht so richtig spürst oder sowas. Das waren eigentlich so meine ersten Überlegungen gewesen, weil ich hatte keine Taubheitsgefühle, es war sonst alles okay ansteuerbar gewesen. Also ich habe jetzt nichts weiter wahrgenommen gehabt. Man hat ja auch mal so Vorstellungen davon, wie so ein Bandscheibenvorfall geschieht. Und ich hatte auch schon mal einen im Hals gehabt vor inzwischen, ich will nicht lügen, zwölf Jahren oder so, auch eine ganz dumme Geschichte. Da war ich quasi auf einer Party gewesen mit Alkohol und Filmrissen und allem drum und dran. Und es gibt Fotos, wie ich junge Damen auf den Schultern rumgetragen habe, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Und am nächsten Morgen wache ich auf und dachte mir, meine Schulter, da reißt mir jemand dran die ganze Zeit. Das war auch damals ein Bandscheibenvorfall im Halswirbel gewesen. Und damals konnte ich noch nicht mal eine Pfanne halten oder sowas in der Hand. Also das war, da war wirklich, hatte ich richtig Probleme mit der Kraft in der Hand. Das hatte ich im Bein nicht gehabt. Und deswegen dachte ich, ja gut, vielleicht der Muskel irgendwie, Faser ist keine Ahnung was, gehst mal trotzdem zum Arzt. Und war dann bei meinem, ich habe eine Hausarztpraxis, wo der eine aber auch Sportarzt ist, also Sportmediziner, die Weiterbildung entsprechend hat und der so zwei, drei kleinere Tests gemacht, wo ich jetzt irgendwie nicht beurteilen kann, ob ich jetzt gut oder schlecht da abgeschnitten hatte, also im Sinne von, ob daraus jetzt was zu erkennen war. Und der meinte dann aber zu mir, ja, vermutlich Bandscheibenvorfall. Und wollte ich dann im ersten Augenblick gar nicht so richtig wahrhaben. Und irgendwie hat das nicht so meine Vorstellung von einem Bandscheibenvorfall entsprochen gehabt, im Sinne von, ich habe keine Taubheitsgefühle gehabt. Und es hat jetzt auch nichts weiter ausgestrahlt. Es war nur die Hüfte gewesen, wo wirklich, die aber wirklich extrem geschmerzt war. Ich konnte dann auch Donnerstag, Freitag insbesondere keine 500 Meter gehen. Stehen war zu viel gewesen, also ein, zwei Minuten stehen war auch schon zu viel. Ich musste also wirklich liegen. und wurde dann krankgeschrieben, habe dann quasi eine MRT-Überweisung gehabt. Und das war so quasi die erste Diagnose und der erste Hinweis, sag ich mal so, gewesen darauf, dass das vielleicht alles gerade in eine Richtung gegangen ist, die ich mir so nicht vorgestellt habe für das sportliche Jahr 2022. Wie hast du dich da gefühlt in dem Moment? Scheiße, ne? Ich glaube, ein anderer Ausdruck kann man dafür gar nicht, gar nicht irgendwie bekommen. Ich sag mal so, die, man hat ja dann erstmal nur diese Phase gehabt, bis man zum MRT durfte. Dann kommen so Kleinigkeiten auf und zu. Ich wollte im Januar eigentlich in Funja, das ist eine Insel, oder ein Ort auf Madeira, eine Insel, die zu Portugal gehört. Da wollte ich eigentlich mit der Familie in den Urlaub fliegen und gleichzeitig einen Marathon laufen. Das ging natürlich jetzt erstmal nicht. Gleichzeitig MRT-Termin erstmal bekommen, um eine Gewissheit zu bekommen. Und ja, so die Ungewissheit, wie geht's jetzt weiter? Wie lange dauert das? Man macht dann das, was, glaube ich, alle machen würden. Man googelt erstmal wie so ein Verrückter und schaut, ob es Erfahrungsberichte gibt, von denen es relativ wenig gab. Also jetzt, was das Laufen anging konkret. Und da war erstmal so ein bisschen, in der Bank ist jetzt der falsche Ausdruck. Ich glaube, dann kommen so die, die ersten Gedanken waren erstmal so die typischen im Sinne von, du machst vielleicht nie wieder Sport, kannst du hier wieder laufen, wird das alles hier wieder funktionieren. Und ich habe jetzt vielleicht den Vorteil für mich gehabt, ich sagte schon, ich mache fast 25 Jahre Sport. Ich hatte auch schon erzählt gehabt, mit der Bandscheibe habe ich schon mal was gehabt. Ich habe mir schon mal den Trizeps abgerissen auf der rechten Seite. Auch nicht beim Sport, sondern auch bei einem Unfall. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt hatte. Da wollte ich einen Motorradführer machen und war dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 35, 34 irgendwas, also über 30. Und dachte mir, ich bin jetzt vernünftig genug, dass ich jetzt nicht mich mit dem Motorrad an den nächsten Baum setzen werde, wie ich den Führerschein dafür besitze. Und mache jetzt mal den Motorradführerschein und in die dritte Fahrstunde oder so, mich mit dem Motorrad hingeledert, dabei den Trizeps abgerissen und auch erst gar nicht richtig wahrgenommen. Der war einfach dick und blau und keine Ahnung was. Und als die Schwellung dann nach ein paar Tagen zurückging, habe ich festgestellt, der eine Muskel ist höher als der andere. Und konnte damit dann auch monatelang nicht richtig Bankdrücken oder ähnliches machen, keine Druckübungen ausüben. Bestimmt anderthalb, zwei Jahre Schmerzen gehabt bei bestimmten Übungen immer noch. Heute alles weg, alles gut. Man sieht es immer noch, aber ist alles gut. Und einmal habe ich noch einen Meniskus gehabt. Also wenn man es so sieht, habe ich meine vierte Sportverletzung jetzt in diesen fast 25 Jahren für mich angesammelt. Und da lernt man ja auch für sich so ein bisschen, wie dieser Prozess von Verletzungen, von Schmerzen ist, wie man selbst damit umgeht. Und hatte quasi dann auf der einen Seite diese Selbstzweifel. Kannst du wieder Sport machen? Wie geht es weiter? Man hinterfragt dann auch so natürlich Sachen. Hätte man das früher erkennen können? Hätte man irgendwas anderes machen können? Und dann habe ich quasi, wenn man es so ausdrücken möchte, mich selbst mental gecoacht. Im Sinne von, dass ich dann so die Außenperspektive versucht habe, für mich einzunehmen. Und mir versucht habe, die Ratschläge zu geben, die ich auch jemand anderen in meiner Situation gegeben hätte. Nämlich darauf hingewiesen, schau mal, wie es früher bei anderen Verletzungen gelaufen ist. Bewusstsein darüber versucht zu bekommen, dass das halt ein Prozess ist, dass gerade die Anfangszeit am meisten einen in Zweifel reinbringt. Und ich bin ja promovierter Soziologe. Und ein Thema, mit dem ich mich aktuell sehr intensiv beschäftige, also aktuell heißt bei mir letzten zwei, drei Jahre jetzt, ist so das Thema Zeit. Also Zeitwahrnehmung, wie Gesellschaft Zeit verarbeitet, aber auch wie der Mensch quasi mit Zeitverständnis umgeht. Wie wir Entscheidungen treffen, woran wir das festmachen und wie der Faktor Zeit damit reinspielt. Und habe dadurch so ein gewisses Bewusstsein dafür eben auch für mich erlangt, dass wir halt ganz schlecht daran sind, so die Zukunft einzuschätzen und die Vergangenheit in Relation zu setzen. Und das alles so ein bisschen so für einen rational zu ordnen, dass unser Gehirn es steckt, was das angeht. Und habe dann quasi deshalb das erste Mal, bei den anderen Verletzungen habe ich es damals nicht gemacht, aber im Bewusstsein eben, dass das halt die ersten Wochen sehr schwierig für mich sein wird. Und rückblickend ging es dann doch alles wieder ganz gut. Habe ein Schmerztagebuch für mich geführt gehabt, bei dem ich tatsächlich jeden Tag, das war eine ganz simple App, da habe ich mir so eine Tagebuch-App aus dem Internet, aus dem App Store gezogen. Und habe da jeden Tag einfach nur kurze Notizen reingemacht, wie ging es mir von den Schmerzen her, welche Probleme hatte ich, was hat gut funktioniert, wie viel konnte ich mich bewegen. Und das einfach jeden Tag dokumentiert. Und wer schon mal selber stark verletzt war, du hattest ja vorhin so gehabt, man weiß nicht, wie viel man vor drei Tagen geschlafen hat. Das geht mir nämlich auch genauso, wenn ich das nicht aufschreiben würde. Und ähnlich ist es eben auch beispielsweise bei so einem Regenerations- bzw. Heilungsprozess nach einer Verletzung. Da vergisst man ganz schnell, wie gut die Fortschritte doch gewesen sind, gerade wenn man eben noch nicht an dem Punkt angekommen ist, was für eine Normalität war. Und das hat mir tatsächlich auch ganz stark geholfen, um zu sehen, wie stark denn doch Sprünge waren. Teilweise sogar von Woche zu Woche, wie es dann doch besser wurde. Obwohl ich selber das Gefühl hatte irgendwie, ich bin immer noch am Dahinsiechen und es ist alles noch schlecht und keine Ahnung. Und dann habe ich einfach in meine App reingeschaut und festgestellt, nein, du bist heute schon wieder so 3000 Schritte mehr gegangen, als vielleicht vor einer Woche. Und das hat, glaube ich, mir tatsächlich auch mental extrem viel geholfen, dieses Schmerztagebuch eben zu führen. Ich glaube, das habe ich auch tatsächlich nur die ersten 30 Tage, also in dieser akuten Phase gemacht, weil ich dann auch selber gemerkt habe, dass meine Einträge hinten raus dann immer mehr ähnlicher werden. Also am Anfang waren die noch sehr unterschiedlich gewesen, weil die Tagesformen sehr unterschiedlich waren, auch wie man es verarbeitet. Und Schmerz ist ganz viel Kopfsache und ganz viel Psyche im Sinne von auch, wie man damit dann letztendlich umgeht. Und ja, das Schmerztagebuch, das war tatsächlich so das größte Learning, was ich vielleicht für mich aus dieser Phase rausgezogen habe, was vor allem so mein Gemüt, mein Gefühlsempfinden angeht. Du hattest eben auch gesagt, du beschäftigst dich hier mit Zeitempfinden. Wie ist das im Kontext so einer Sportverletzung? Wie verändert sich da das Zeitempfinden? Also wir haben ja generell so ein bisschen das Problem, dass die Zukunft uns teilweise, oder andersrum, wenn wir auf Dinge warten müssen, kommt es uns ja alles sehr lange vor. Gerade wenn wir eben einen Zustand haben, in dem wir nicht so sind, wie wir eigentlich im Designen möchten, dann ist das sehr schwierig, vielleicht jetzt Dinge zu machen, mit dem Bewusstsein, dass die ersten zukünftig uns weiterhelfen werden. Und mir hat es zum Teil auch ganz stark geholfen, um so eine Relation reinzukriegen, um so eine Orientierung überhaupt erstmal zu haben, einen Zeitansatz, wie lange wird dann das jetzt überhaupt dauern? Zum einen so die allgemeinen Sachen, die man im Internet gelesen hat, die sich alle sehr stark ähneln. Aber zum anderen auch, dass ich damals, als ich in der Schulter, oder besser gesagt, einen Halswirbel, einen Bandscheibenvorfall hatte, der dann in der Schulter ausgestrahlt hatte, und dort eben mich limitiert hatte, dass ich damals ein Trainingstagebuch geführt hatte und nachvollziehen konnte, wann konntest du schon wieder, oder was hast du am Anfang gemacht, wann konntest du wieder leichte Druckübungen machen, wann bist du wieder auf ein sportliches Niveau gekommen, dass du sagen kannst, das hat jetzt was mit Training schon zu tun gehabt, also im Oberkörperbereich, was Druckübungen angeht. Und das hat dir auf jeden Fall auch nochmal ganz stark geholfen, um überhaupt eine Orientierung erstmal zu haben, um nicht einfach ziellos so loszugehen, sondern eben auch zu wissen, ich brauche jetzt vielleicht vier, acht Wochen, bis ich wieder XY machen kann. Und dass man aber dann, wie soll ich es ausdrücken, nicht daran verzweifelt, sondern mehr das als Klarheit für sich wahrnimmt in dem Augenblick. Und dann auch nicht irgendwie alles hinwirft und eben, wie wir es vorhin hatten, mit ganz oder gar nichts, um gar nicht überzugehen, sondern eben in diesen dann acht Wochen, zwölf Wochen, vier Wochen, was man auch immer so als Zwischenetappen dann hat, dass man sich da bewusst ist, ich versuche jetzt alles, was möglich ist, was mir vielleicht auch gar nicht so viel Spaß macht, zu machen, um dann wieder in vier, acht, zwölf Wochen was anderes machen zu können oder den nächsten Schritt wieder gehen zu können. Du hattest eben gesagt, am Anfang fiel es dir schwer, überhaupt 500 Schritte zu gehen. Dann war ja der erste Monat, glaube ich, so eine, habe ich rausgehört, eine kritische Phase, wo dann sich auch schon viel verbessert hat. Was genau ist in diesem Monat sonst noch passiert? Also was hat sich verbessert? Und ich weiß nicht, gab es da irgend so einen Meilenstein? Und wie bist du weiter vorgegangen? Ja, um das vielleicht mal so ein bisschen einzuordnen so, man sagt bei einer Bandscheibe, bei Bandscheibenverletzung unter normalen Umständen gibt immer noch mal kleinere Ausnahmen im Sinne von wirklich akute Sachen, wo man dann auch Probleme wohl mit Blase und Schließmuskel hat, also dass man da quasi nicht mehr in sich halten kann. Das sind akute Sachen, da muss man auch ins Krankenhaus, das wird man aber auch feststellen. Aber ansonsten heilt das mehr oder weniger von allein, so in sechs bis zwölf Wochen, also eher acht bis zwölf Wochen. Also nach acht Wochen sagt man, sollte eigentlich fast alles wieder machbar sein im Alltag, man sollte schmerzfrei sein und so weiter und so fort. Und den größten Fehler, den man eigentlich machen kann, das wird man auch generell lesen, ist nichts zu machen. Das war ja früher mal so ein bisschen so die Empfehlung, inzwischen ist die Medizin da auch auf einem ganz anderen Punkt und sagt nein, so früh wie möglich eben wieder alles, was möglich ist, machen und in dieser ganz akuten Phase, diesen ersten paar Tagen, dann vielleicht auch immer im Rahmen der Möglichkeiten, aber damit man keine Schonhaltung einnimmt, Schmerzmittel nehmen, um zumindest Schonhaltung zu vermeiden. Und das war dann bei mir so gewesen, dass ich die ersten zwei, drei Tage tatsächlich auf der Couch lag und die Beine hochgelegt habe, um die Bandscheiben zu entlasten und möglichst wenig zu machen und mich gar nicht zu bewegen, um so die erste akute Phase quasi zu bestehen. Bin dann aber auch schon wieder, am Sonntag war dieser lange Lauf gewesen, am Donnerstag war ich beim Arzt, nächsten Sonntag quasi dann, also drei, vier Tage, in dem ich beim Arzt war, habe ich gemerkt, okay, du kannst sitzen, du kannst auf dem Radergometer sitzen, ich habe eins zu Hause, also fährst du mit dem Rad. Du hast keine Schmerzen dabei, also ich musste auch nicht Schmerzmittel nehmen, um das irgendwie umsetzen zu können, sondern das ging schmerzfrei. Also habe ich das auch komplett gemacht. Habe mich dann quasi da am Anfang erstmal, ich sage mal, ich glaube zwei Stunden, habe ich mich da tatsächlich auch gleich draufgesetzt, um zu gucken, wie weit komme ich. Das war alles gar kein Problem gewesen und habe vor allem auch danach gemerkt, ich habe jetzt kein Problem, im Sinne von, dass man nicht irgendwie eine Stunde später plötzlich merkt, es tut irgendwie weh. Und habe dann quasi in den ersten Wochen begonnen gehabt, mich so ungefähr eine Stunde am Tag aufs Radergometer zu sitzen. Und das ist furchtbar für mich. Es ist ganz so langweilig, es hat mir keinen Spaß gemacht, aber ich sage dir schon, Dinge machen, um zu wissen, wofür man sie dann, also nicht, dass man vielleicht mal in ein paar Wochen dann an diesen Schritt gehen möchte. Ich war für mich in dem Bewusstsein gewesen, dass ich halt mit dem Radergometer, gerade wenn ich dann am Wochenende auch zweieinhalb und drei Stunden irgendwann da drauf saß, dass ich damit eine gewisse Grundlagenausdauer halten kann, ohne dass ich laufen kann. Das ist zwar nicht das Gleiche, wie es Laufen, aber Laufen, oder die Fähigkeit des Laufens, setze ich ja auch aus mehreren, zumindest ausdrückenden Systemen zusammen, also die mechanische Beanspruchung, das Bewegen der Muskulatur, aber eben auch die Grundlagenausdauer, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und die Grundlagenausdauer kann man zumindest ganz gut halten, auf dem Radergometer. Und das habe ich im Prinzip damit dann gemacht. Ich habe dann mir eine Switch genommen, also eine Videospielkonsole und habe dann eben auf dem Radergometer zweieinhalb, drei Stunden runtergeradet, was für mich eine tödlich langweilige Zeit ist und habe dabei eben auf der Switch nebenbei gespielt gehabt und habe versucht, in einen gewissen Pulsbereich reinzukommen, der für die Grundlagenausdauer notwendig war. Und wie gesagt, im Alltag dann eben weniger mich erstmal bewegt, dafür mehr Radergometer gemacht habe, eine halbe Stunde, Stunde dann unter der Woche, und habe aber auch dann am Dienstag, glaube ich, war es auch sogar bereits wieder gewesen, also Sonntag auf dem Radergometer, am Dienstag bin ich auch schon wieder in den Kraftraum gegangen und habe geguckt, was funktioniert denn? Logischerweise nichts, wo ich irgendwie mit der Hüfte, mit dem Gesäß irgendwie stabilisieren musste, aber alles, wo ich gesessen habe, wo ich auch nicht die Wirbelsäule gestaucht habe, sondern Sachen von mir weg oder mich weggedrückt habe oder mich rangezogen habe mit einer entsprechenden Maschine, das ging alles. Also habe ich das auch alles gemacht im Rahmen der Möglichkeiten. Und da weiß ich noch, so die erste Woche war es dann vielleicht sogar ein bisschen schwierig, im Sinne von das Gewicht stecken, also wenn man quasi die Scheiben auf die Maschine draufpacken musste, musste ich ganz konzentriert diese Scheibe von A nach B tragen und den Core anspannen, dass da quasi nichts wehtut, dann ging das aber auch. Und wenn ich dann aber auf dem Gerät dann saß und meine Position eingenommen habe, dann ging das ohne Probleme. Also habe ich entsprechendes Krafttraining gemacht gehabt, also alles, was geht im Prinzip. Und auch das, was ja tatsächlich auch in der Literatur empfohlen wird oder was auch das größte Problem im Prinzip ist, es gibt ja zwei Arten, wie man so einen Bandscheibenvorfall angehen kann. Das eine ist quasi ohne Operation, das andere ist mit Operation. Da gibt es ja diese schönen Statistiken, dass die Leute mit Operationen quasi mehr oder weniger genauso hohes Risiko haben, dass wieder was passiert. Und das liegt halt oftmals daran, dass diese Menschen, die halt die Operation wählen, keine Lust, keine Zeit, keine Motivation, was auch immer der Grund ist, für ein Krafttraining haben. Und wenn dann die Muskulatur nämlich wieder nicht trainiert ist, dann ist das Risiko des Bandscheibenvorfalls natürlich genauso wieder da. Und entsprechend, ja, Bewegung, das Allerwichtigste und so viel geht im Prinzip immer wieder umgesetzt und mich da langsam herangetastet. Und der erste kleine Meilenstein, wenn du das ausdrücken willst, war dann quasi nach vier Wochen gewesen. Da habe ich dann einen Monat lang quasi, bin ich dann nicht laufen gewesen, was für mich psychisch wirklich belastend war, dann irgendwann auch. Und bin dann in Anführungsstrichen gelaufen. Also laufen hieß, ich bin ein Kilometer, also 500 Meter in die Einrichtung, 500 wieder zurück gelaufen mit einer Pace von über sechs Minuten. Das, äh, manche gehen vielleicht auch schneller, als ich da laufen gegangen bin, aber es war ein Laufbewegung, sag ich mal so. Habe aber auch sofort gemerkt, ich kriege meine, meine, meine Wadelinks insbesondere nicht richtig angesteuert, das gesamte linke Bein richtig, nicht richtig angesteuert. Habe das Gefühl gehabt, bei mir schnappt es so ein bisschen in der Wade, ich kann das anders gar nicht beschreiben, als wenn der Muskel irgendwie so über irgendwas drüber schnappen würde. Zwei, drei Mal, aber wirklich richtig unangenehm, dass ich dachte, da reißt jetzt was und habe dann auch abgebrochen oder langsamer gemacht. Das war in der Hinsicht natürlich ein großer Dämpfer. Auf der anderen Seite hat es mir aber psychisch extrem gut getan, einfach mal diesen einen Kilometer eine Art Laufbewegung umgesetzt zu haben. Ja, und der nächste, das nächste Highlight, der nächste, nächste Zwischenschritt war dann im Prinzip nach acht Wochen gewesen. Ich sagte ja schon so acht Wochen, das ist so Pi mal Daumie Zeit, wo es so, so wieder gehen sollte. Was das Gehen selbst angeht, habe ich zwei Wochen nach dem Bandscheibenvorfall, das gucke ich gerade mal nach, zwei Wochen nach dem Bandscheibenvorfall, das erste Mal wieder 10.000 Schritte am Stück bewältigt. Das ist ja so diese magische Grenze, sag ich mal so. Sagst du am Stück oder am Tag? Am Tag, Entschuldigung. Am Tag 10.000 Schritte, wobei der Großteil davon am Stück gewesen war. Also wo ich dann quasi jetzt mal eine Stunde, dreiviertel Stunde wird das gewesen sein, am Stück dann gegangen bin. Aber auch nur nicht schmerzfrei, muss ich dazu sagen. Also das war dann auch noch mit einem gewissen unangenehmen Gefühl verbunden, aber auf der Schmerzskala in einem Bereich, der für mich vertretbar war. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich dachte, da reißt mir alles weg oder sowas, sondern in einem Bereich, wo es okay war. Hast du es so eingeordnet auf einer Skala von 1 bis 10? Nein, sowas nicht, weil das auch mit Schmerzen ist ja auch ähnlich wie mit anderen Sachen, die subjektiv sind, die, das ist schwierig, das einzuordnen. Und wer zum Beispiel sehr sporterfahren ist, der hat oftmals ja auch ein anderes Schmerzempfinden, als Menschen, die weniger Sport treiben. Also sportlich aktive Menschen können sich mehr quälen, haben eine höhere Schmerzgrenze als Menschen, die halt keine Sporterfahrung haben. Von daher ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, das jetzt wirklich einzuordnen. Aber ich sage mal, nach all der sportlichen Lebenszeit, die ich habe, da kann man das ja so ein bisschen einschätzen, ist das jetzt noch ein Okay-Bereich oder ist es ein Bereich, wo ich vielleicht jetzt gerade mal es lassen sollte mit meinem gesunden Menschenverstand. Also es war unangenehm, es war nicht gut, also im Sinne von nicht gut, im Sinne von es hat sich ein bisschen schmerzend angefühlt, aber nicht in einem Bereich, wo ich jetzt das Gefühl hatte, ich mache da jetzt gerade was kaputt und das ist jetzt schlechter, als wenn ich es lassen würde. Also bin da schon besonnen rangegangen und hatte ja, wie gesagt, auch in der Zeit noch das Schmerztagebuch geführt gehabt und dann nach acht Wochen dann das erste Mal wieder langsam intensiver eingestiegen, sag ich mal so. Da hatte ich dann auf dem Rudergerät auch mal wieder 5000 Meter gerudert, habe all sowas eine ganze Zeit lang gelassen gehabt, also sprich, mein Conditioning-Tag, da auch keine Burpees oder sowas gemacht oder irgendwas, wo irgendwie vielleicht unkontrollierte Bewegungen sein könnten, sondern wirklich nur ganz kontrolliertes Krafttraining, Radergometer und alles, was eben sehr gut kontrolliert werden kann und hatte dann acht Wochen später auf dem Rudergerät 5000 Meter in 19 Minuten oder 1856, gucke ich gerade nach, bin ich damit gerudert und dann am 3. März, also auch so Pi mal Daumen acht Wochen nach dem Handscheibenvorfall bin ich 10 Kilometer das erste Mal dann am Stück wieder gelaufen, hatte meine Grundlagenausdauer ja gehalten gehabt und hatte da am Anfang tatsächlich vor allem muskulär noch Schwierigkeiten gehabt. Also ich habe gemerkt, ich kann meine Muskeln noch nicht so richtig ansteuern, wie ich es mir vorstelle, habe mich dann noch ein bisschen unsicher gefühlt, aber bin 10 Kilometer am Stück gelaufen wieder und das halt acht Wochen nach dem Bandscheibenvorfall, was für mich dann natürlich ein tolles Gefühl war und dann ging es relativ schnell, dann kamen einige Wochen später oder einige Tage später bin ich dann die 15 Kilometer wieder am Stück gelaufen, auch da neulich mit einer großartigen schnellen Pace und habe mich dann nach und nach dann rangekämpft, wenn wir es so ausdrücken möchten und dann hat man sich so zwischen Etappen gesetzt, Halbmarathon wieder laufen, 30 Kilometer wieder laufen und dann, als das dann alles nach und nach ein bisschen greifbarer wieder für einen war, kam natürlich auch wieder das Ziel auf wieder Marathon laufen. Wann hattest du das Gefühl, dass dir das wieder realistisch erscheint, in absehbarer Zeit Marathon zu laufen? War das schon nach den 10 Kilometern? Nein, da konnte ich das eigentlich noch gar nicht richtig einschätzen. Wie lange wird es jetzt noch dauern? Weil mein Problem auch so ein bisschen war, dass ich keine Erfahrungsberichte im Netz gelesen habe. Man sagt ja immer so, es gibt so einen schönen Spruch über Rechtsanwälte, zwei Rechtsanwälte, drei Meinungen oder zwei Juristen, drei Meinungen und mit Ärzten ist es letztendlich auch nicht anders. Zwei Ärzte, drei Meinungen. Wenn es nach meinem Arzt gegangen wäre, der eigentlich Sportmediziner war, dann würde ich nur noch Radfahren und Reha-Training machen und nichts anderes irgendwie nach dem Motto. Man findet mit ein bisschen Suche im Internet aber auch einen Chirurgen, der spezialisiert auf Bandscheibenvorfälle ist, der sagt, Laufen ist wie Massagen für die Bandscheiben und quasi eins der sinnvollsten Sachen, die man machen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist da immer so, den gesamten Sportler zu betrachten. Also wo kommt der her? Wie viel Körperkontrolle hat der? Welches Niveau hat er sich bereits erarbeitet? Und was kann ich dem, sag ich mal so, empfehlen? Und natürlich mache ich am wenigsten falsch, wenn ich jemandem sage, lass das komplett, weil dann kann er sich dabei auf jeden Fall schon mal nicht verletzen. Muss aber auch zugeben, auf eine gewisse Art und Weise war das mal wieder sehr nüchtern gewesen, was Ärzte angeht. Also ich will jetzt gar nicht so den Rent über Ärzte machen. Mir ist selber bewusst, dass, wenn die da von der Kasse irgendwie 1,50 Euro verdienen am Patienten und keine Ahnung, 5 Minuten Zeit haben, vielleicht effektiv für den und da mehr so Massenabfertigung ist und quasi eigentlich den ganzen Tag auch nur mit Krankens zu tun haben und weniger mit Gesunden, die eigentlich sportlich besser werden wollen, so nach dem Motto, das ist ein Problem an und für sich, das ist mir alles klar. Ja, du wirst das natürlich trotzdem ein bisschen frustrieren, wenn man schon zum Arzt geht und dann so eine Antwort bekommt und dann vor allem so eine Gespräche führt, die so in den Bereich reingehen. Also man merkt einfach, der Arzt, woher auch, aber weiß gar nicht, was ich eigentlich mache. Der kennt mich halt überhaupt gar nicht sportlich und ich habe in meinem gesamten Leben auch bisher nur einen einzigen Arzt mal gefunden gehabt, der auch Sportchirurg war, aber leider von mir ein bisschen zu weit weg wohnt, sodass ich den jetzt nicht extra aufgesucht hatte dafür, wo ich ein gutes Gefühl hatte, wo ich das Gefühl hatte, der nimmt mich ernst als Sportler und ist interessiert an dem, was ich mache und ist sich darüber im Klaren, dass ich nicht 0815-Behandlung irgendwie vielleicht jetzt brauche, wie jemand, der nie in seinem Leben Sport gemacht hat die letzten 40, 50 Jahre und jetzt plötzlich einen Bandscheibenvorfall hat oder eben eine andere Verletzung. Naja, jedenfalls war das dadurch alles ein bisschen für mich schwierig, auch weil es keine Erfahrungsberichte in dem Sinne gab. Wie ist denn das mit dem Marathon laufen? Kann man nach dem Bandscheibenvorfall überhaupt wieder Marathon laufen? Also jetzt nicht nur im Sinne von ankommen, sondern auch von vernünftig ankommen und ich glaube, der Punkt, an dem ich mir gedacht habe, okay, das ist in absehbarer Zeit tatsächlich möglich, der war dann nach zwölf Wochen gewesen, wo ich dann das erste Mal wieder einen Halbmarathon im Training gelaufen bin. Man darf sich so einen Heilungsprozess ja auch nicht so geradlinig vorstellen. Da gab es auch immer wieder Rückschritte, da gab es immer mal wieder Tage, die waren ein bisschen blöder gewesen. Ich bin dann am Anfang, die Läufe habe ich mit so einem Stützgürtel gemacht gehabt, die findet man teilweise auch im Laufläden, einfach so zum Rumkletten. Die haben nochmal so ein bisschen Stabilität und ein bisschen, ja, ein gutes Gefühl im Rumpf gegeben, sag ich mal so. Das habe ich am Anfang noch genutzt, habe das dann aber auch so zügig wie möglich wieder abgelegt und wie gesagt, bei dem Halbmarathon war mir dann klar gewesen, ich werde auf jeden Fall wieder Marathon laufen. Die Frage ist, wie gut und wie schnell und mein eigentliches Ziel war da noch der Herbst gewesen, weil ich in diesem Jahr ein Ticket für den Chicago Marathon gewonnen habe, also einen Platz gewonnen habe. Ich weiß nicht, wer das kennt, es gibt ja diese Major Marathons, da gehört der New York Marathon dazu, der Boston, Tokio, London, Chicago und Berlin und da kommt man halt relativ schlecht an Plätze ran, wenn man nicht irgendwie gewisse Zeiten läuft, in der Regel entweder über Reiseunternehmen oder über ein Losverfahren und ich habe in Chicago im zweiten Jahr, im ersten Jahr hat es nicht geklappt, im zweiten Jahr ein Los gewonnen, also sprich einen Platz gewonnen, sodass eigentlich so ein bisschen Oktober Chicago Marathon, das stand so im Raum als Ziel und dachte ich mir, okay, Zeitlimit sechs Stunden, das solltest du im Oktober schaffen. Du bist den Halbmarathon jetzt in zwei Stunden laufen, dann gehst du halt die zweite Hälfte im aller schlimmsten Fall, natürlich schon im Bewusstsein, dass bis dahin noch ein halbes Jahr ist und das natürlich weitergehen wird mit dem Heilungsprozess und als dann die ersten 30 Kilometer geschafft waren, da war der Bandscheibenvorfall viereinhalb, fünf Monate her, so Pi mal Daumen, na vier, viereinhalb muss her gewesen sein, da war mir langsam so klar, okay, das geht alles gut vorwärts, du kannst vielleicht schon im Sommer den ersten Marathon laufen, ja und dann kam so eins zum anderen, man hat dann so ein bisschen geschaut, wann gibt es denn wieder Termine, im Sommer ist der Kalender jetzt auch nicht so voll, ist jetzt auch nicht so die beste Temperatur zum Laufen, die man vielleicht nutzen kann und hab dann aber so auf Juli zuerst geschielt gehabt, das Laufpensum höher, höher erhöht und dann irgendwann gemerkt, okay, wenn du dich so ein bisschen ranhältst, im Juni, da ist ein Duisburg-Marathon, das ist dann nicht nur irgendwie so ein Privatmarathon mit 10, 20, 30 Leuten, sondern halt so ein größerer Wettkampf, das klingt auch ganz gut und dann hab ich quasi, ja, mir das als Ziel gesetzt gehabt, mich tatsächlich auch erst zwei, drei Wochen vorher angemeldet, als ich dann Klarheit hatte, dass ich wirklich auch so 35, 36 Kilometer durchhalte, ich bin sie nicht durchgelaufen im Training, aber ich hab sie durchgehalten in meinen nüchternen Läufen mit keinen guten Zeiten, also für mich mit katastrophalen, Anführungsstrichen, mit katastrophalen Zeiten für meine Verhältnisse, dass das auch frustriert hat auf eine gewisse Art und Weise und für Unsicherheit gesorgt hat. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, jetzt so die heißen Temperaturen im Sommer, das schlägt sich bei mir ganz extrem auf meine Laufleistung aus, das hat nichts dann unbedingt mit dem Wettkampftag noch zu tun, der Wettkampftag ist auch nochmal was anderes, was dann so die Nährstoffversorgung und sowas angeht, meine Langläufe mache ich ja nüchtern und bin da einfach positiv reingegangen und ich war bisher alle meine Marathons unter vier Stunden gelaufen und hab mir gedacht gehabt, dass wenn ich jetzt das weiter von mir her schiebe und sage, ich bin noch nicht bereit, dann wäre A die Frage, wann bin ich denn mal bereit und B wäre das dann vielleicht einfach nur falsche Eitelkeit gewesen im Sinne von, es könnte mir passieren, dass ich vielleicht das erste Mal mehr als vier Stunden brauche und so eine falsche Eitelkeit, die kritisiere ich auch bei anderen und dann wäre es das Falscheste, selber mir so eine zu erlauben. Also habe ich mich dann einfach angemeldet und bin dann quasi, ja, ergebnisoffen, wenn man es so ausdrücken möchte, rangegangen ans Rennen. Ich habe noch eine Frage zum Beginn, du hattest ja gesagt, ihr hattet ursprünglich geplant auch eine Reise, im Januar war das glaube ich sogar noch, wo du auch einen Marathon laufen wolltest, hast du das dann komplett gecancelt? Genau, ich hatte glücklicherweise eine Reiserücktrittsversicherung schon vor ein paar Jahren mal abgeschlossen gehabt, die dauerte, oder der Vertrag dauerte, glaube ich, vier Jahre, fünf Jahre und danach lief der jetzt automatisch aus. Das war das letzte Vertragsjahr jetzt gewesen und wie das halt so ist, ich hätte den zwar jährlich kündigen können, aber man ist da faul und vergisst es dann und keine Ahnung was. Das war jetzt mein Glück gewesen, habe dadurch tatsächlich die komplette Reise dann erstattet bekommen. Also ich habe so einen Vertrag damals abgeschlossen gehabt, da war damals zu den Flitterwochen von mir und meiner Frau, da sind wir in Afrika damals gereist und da hatten wir uns gesagt gehabt, wenn da jetzt was dazwischenkommt, dann ärgern wir uns sehr, machen wir mal besser eine Reiserücktrittsversicherung. Die hatte ich noch aus dieser Zeit und die hat dann jetzt glücklicherweise dann den gesamten Preis dann auch übernommen gehabt, da habe ich ein bisschen Glück gehabt und wäre auch gar nicht gegangen. Also ich wäre nicht reisefähig gewesen, also ich hätte zwar schon bestimmt die Reise umsetzen können, aber dann hätte ich da auch nicht viel mehr machen können, als vielleicht mal irgendwie tausend Schritte am Stück gehen und dann hätte ich mich wieder erholen müssen und irgendwo hinsetzen müssen und das ist jetzt auch nicht irgendwie das, was man unter Urlaub dann verstehen würde. Plus das MRT fiel auch in diese Zeit, wo die Reise eigentlich gewesen wäre und dann hätte ich halt noch mal länger warten müssen und ja, das war dann halt der Punkt gewesen, dass ich dann die Reise abgesagt habe. Du hattest gesagt, am Anfang hast du Schmerzmittel genommen, wann hast du Schmerzmittel genutzt und wann hast du sie nicht genutzt? Ganz am Anfang, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube die ersten zwei Wochen habe ich sie tatsächlich so über den Tag verteilt genommen gehabt, um keine Schonhaltung einzunehmen, sondern mich normal zu bewegen. Also habe dann auch nicht irgendwelche Gewaltmärsche gemacht und habe auch nicht unter Schmerzmitteln dann versucht, irgendwie Bewegung zu machen, von denen ich wusste, sie würden ohne auf keinen Fall funktionieren. Plus was bei mir noch hinzukommt, Schmerzmittel wirken bei mir nicht sonderlich gut. Ich weiß noch, damals beim Bandscheibenvorfall im Halt, da habe ich vom Arzt irgendein Medikament bekommen, wo er auch zu mir meinte, irgendwie davon werden einige schläfrig und ganz vorsichtig damit umgehen und keine Ahnung was und ein Kollege von mir meinte auch so, ja wenn er das Zeug nimmt, dann nach dem Motto, ist er 30 Minuten gleich weg und im Land der Träume. Ich konnte das wie Smarties essen, das hat bei mir überhaupt keinen Unterschied gemacht und diesmal habe ich es im Prinzip mit Ibuprofen gemacht, also Ibuprofen genutzt und ich weiß gar nicht mehr, welche Dosierung ich genommen habe, aber relativ hoch und es hat bei mir auch nicht wirklich einen riesen Unterschied gemacht, also Schmerzmittel wirken leider ganz schlecht, das ist auch nicht schön, wenn man beim Zahnarzt ist und da mal was Ernsthafteres gemacht werden muss und da kriegt man so Spritzen und die lassen bei einem schneller nach als bei anderen Leuten, das ist also ganz unangene Erfahrung mit sowas schon gemacht, offenbar verstoffwechselt mein Körper das irgendwie schneller oder meine Rezeptoren sind da irgendwie nicht so optimal ausgebildet, weiß ich nicht woran es liegt tatsächlich. Aber wie gesagt, im Alltag quasi am Anfang so die ersten zwei Wochen genommen, habe dann auch, weil ich nicht wusste, wie lange das dauert und ich nicht immer nur so eine 20 Gramm Packung, also 20 Tabletten Packung irgendwie kaufen wollte, mir gleich so eine Familienvorratspackung in der Apotheke geholt. Ich glaube sogar zwei, drei Stück irgendwie. Ich habe glaube ich 100 Tabletten Ibuprofen gekauft und dann noch so ein halbes Beratungsgespräch ungefragt bekommen von der Apothekerin, was ich denn damit machen wollen würde. Ich glaube, die hat mich für einen Junkie gehalten oder sowas und ich ihr dann erzählt, irgendwie so sinnmäßig, ich habe halt einen Bandscheibenvorfall und keine Angst, ich verwechsel das hier nicht mit Smarties und esse davon irgendwie 20 am Tag, sondern will halt nicht jeden alle fünf Tage irgendwie zur Apotheke laufen und dann hat sie so ein bisschen rumort und wollte mir die zuerst gar nicht geben, wo ich so dachte, ey, dann gehe ich halt in die nächste Apotheke und kaufe sie mir da. Also das fand ich jetzt auch irgendwie jetzt, ja, das war nett, dass sie mich darauf hingewiesen hat, aber nein, ich hole sie mir sowieso, habe sie dann auch bekommen und habe sie dann aber letztendlich auch nicht gebraucht, weil ich glaube, nach zwei Wochen, zehn Tagen irgendwie dann auch komplett auf Schmerzmittel verzichtet habe, weil dann eben, ich dann ja auch mit den G-Phasen begonnen hatte, eben zu experimentieren, im Sinne von, nicht nur im Alltag mich bewegt habe, sondern eben auch bewusst losgegangen bin, um eben längere Phasen mal zu gehen, um zu schauen, wie vertrage ich das und das dann eben auch bewusst nicht unter Schmerzmitteln gemacht habe, weil ich wollte ja nicht irgendwie, ja, gegen die Struktur arbeiten, sag ich mal so, oder gegen den Heilungsprozess und dann vielleicht irgendwas schlimmer machen und ich merke es in dem Augenblick nicht, sondern habe die am Anfang ja wirklich nur genommen, um nicht Schonhaltung einzunehmen, sondern eben so den Alltag ganz normal bewältigen zu können. Mit, ja, quasi leichter, bis gar nicht Belastung außer Alltag. Genau, was man halt so hat, mit gehen und vielleicht mal irgendwie da fünf Minuten stehen müssen und sowas, weil das tat ja am Anfang ja auch noch weh, die ersten zwei, drei Wochen, dass ich teilweise wirklich keine Minute stehen konnte. Also, das klingt immer so ein bisschen komisch und kann man sich, glaube ich, auch ganz schwer vorstellen, insbesondere, wenn man von außen ja gesund aussieht und dann fühlt man sich wirklich wie so ein alter Mann, wenn man plötzlich noch nicht mal eine Minute gerade stehen kann, sondern sich dann beginnen muss, abzustützen, weil man das Gefühl hat, es rammt einen, einen Dolch in dem Bereich rein. Ich konnte es mir bis vor mehr oder weniger gleichen Zeitpunkt auch schwer vorstellen, weil ich also diese Erfahrung nicht hatte bei mir mit durch die Zerrung. Also, ich würde es genauso beschreiben, wie du es beschrieben hast, dieses Messergefühl. Ich habe damals auch die ersten, ich glaube, zwei Tage, auch Ibuprofen genommen, um im Alltag bewegen zu können und ich habe auch gemerkt, für mich war das damals eine gute Entscheidung. Ich war mir aber auch dessen bewusst, genau, was du gesagt hast. Ich wusste genau, welche Bewegungen nicht gut sind und die habe ich dann auch weiterhin vermieden und ich glaube, so ein zweiter Punkt ist ja auch dieses Schmerzgedächtnis, das sich sonst so aufbaut, dass man ja auch durch diesen starken Schmerz, dass man sich das so einprägt, was ja auch langfristig nicht so produktiv ist. Genau, das meinte ich mit Schmerzen und dass es Kopfsache sind, dass da eben, wie du schon sagtest, eben so Schonhaltungen dann gibt, bestimmte Bewegungen, die man meidet oder dass man bestimmte Bewegungen mit Schmerz verbindet, das sind wirklich so Sachen, wodurch dann eben langfristig Probleme entstehen können. Da gibt es ein schönes Buch, ich habe den Titel gerade vergessen, ich schaue gerade mal zur Seite bei mir, aber sie ist jetzt auch ad hoc nicht im Regal, das heißt auch irgendwie Schmerzen verstehen oder so ähnlich, das findet man bei Amazon, da gibt es im deutschsprachigen Bauch glaube ich auch nur ein Buch zu, wo das immer so ein bisschen aufgeschlüsselt wird, so Schmerzverarbeitung und wie Schmerzen im eigenen Körper entstehen und wie Schmerzgedächtnis im Prinzip auch funktioniert und wie man da vor allem aufpassen muss, nicht in so eine Spirale rein zu geraten. Das war unter anderem auch ein Grund, warum ich dieses Schmerztagebuch für mich auch geführt habe. Das war jetzt kein Tipp gewesen, der drin stand, aber das war für mich so ein Learning aus der ganzen Sache, dass ich halt sehr früh beginne, mir über meinen Schmerzen bewusst zu werden, die zu reflektieren und vor allem auch eben rückblickend zu verstehen, dass es besser geworden ist und der Schmerz weniger wird und auch wenn ich jetzt vielleicht im Augenblick schlecht geschlafen habe oder bestimmte Liegepositionen noch nicht einsetzen oder einnehmen kann, dass ich zumindest nachlesen kann, ey, aber vor einer Woche konntest du noch nicht mal stehen und jetzt kannst du es schon wieder und dass man so Sachen sich halt auch immer wieder bewusst an wird, da hilft eben so ein Schmerztagebuch. Das war eben wie gesagt ein Learning aus dem Buch, was ich für mich da rausgezogen hatte aus den Informationen. Ich glaube, das Wichtigste ist ja, wie man selbst an die Sache rangeht, der Prozess, also wie man mit der Verletzung umgeht, wie du auch sagtest, daraus zu finden, was kann ich machen und das dann zu tun, was die Heilung sicherlich auch nach allem, was ich weiß, auch da noch mal, ich bin kein Arzt, aber das Ganze beschleunigt, auch vielleicht noch mal Hinweis auf die Folge mit Dr. Ralf Kirschner, da geht es auch um Rehabilitation oder Wiedereinstieg nach Verletzung. Da gehen wir nicht ganz so detailliert auf den Bandscheibenvorfall ein, sondern mehr generell. Jetzt wollte ich dich noch mal fragen, gab es halt spezielle Tools sonst noch, die du genutzt hast? Du hattest einmal diesen Stützgürtel erwähnen beim Laufen. War das ein spezieller, also Laufstützgürtel? Ich kenne jetzt tatsächlich selbst nur zwei, die mir einfallen, das sei das der Nierengurt beim Motorradfahren und das andere Gewichthebergürtel. Aber das ist, glaube ich, noch was anderes. Vielleicht noch ganz kurz ergänzend, ich habe gerade mal nachgeschaut, das Buch, was ich meinte, heißt Schmerzen von Verstehen von David Butler. Kostet sehr viel Geld. Papier ist, als wenn man so Butterbrotpapier mit Buchstaben bedruckt hätte. Also ich dachte erst, man will mich veräppeln für den Preis, den ich dafür bezahlt habe. Also es kostet 60 Euro, das ist wirklich nicht wenig Geld. Aber ich fand es tatsächlich sehr interessant und sehr lehrreich vom Inhalt her. Also Papierqualität steht nicht im Verhältnis, die Informationen sind aber sehr gut in dem Buch. Also wenn jemand zu viel Geld hat und sich in den Bereichen nochmal weiterbilden möchte, dann ist das ein Tipp. Aber zu den Gürteln, wie du schon sagst, es gibt ja so diesen Nierengurt beim Motorradfahren und es gibt den Kraftsportgürtel, sag ich mal so. Und der Kraftsportgürtel, da hat ja auch quasi das Ziel, nicht, dass ich da irgendwie den Rücken stabilisiere, sondern erst in mir, dass die Chormuskultur vorne im Bauch gegendrückt, dadurch aktiviert wird und dadurch eben besser mitarbeitet beziehungsweise dadurch im gesamten Chor mehr Stabilität entsteht. Also Chor ist ja alles einmal drumherum. Das ist nicht nur vorne unser Bauch, den wir mit Sit-Ups trainieren, sondern eben der gesamte Rumpfbereich, wenn wir es so ausdrücken möchten. Und dafür gibt es, der Begriff ist Rückenstützgürtel oder Lendenstützgürtel. Also wenn man das irgendwie so mal eingibt, dann müsste man das finden. Die werden zum Teil auch in Laufläden oder Laufgeschäften verkauft. Habe ich sowas auch gesehen gehabt. Ich habe mir auf dem vielleicht bekanntesten Online-Kaufhaus entsprechende Modelle angeschaut, habe mir zwei verschiedene gekauft. Eins ist nochmal mit so einer Art Polster im Mittelbereich, wo die Wirbelsäule entlang geht. Und das andere ist so ein bisschen weicher, in Anführungsstrichen. Und das eine gibt tatsächlich, das hat man nochmal so Streben drin gehabt. Das ist ein bisschen steifer gewesen, das andere ein bisschen lockerer. Und man merkt auch tatsächlich den Unterschied beim Tragen. Ich habe im Alltag das mal zu Hause ausprobiert. Hätte mir vielleicht rückblickend gewünscht, dass ich mir das in meiner akuten Phase geholt hätte, weil ich es im Alltag tatsächlich gemerkt habe, dass mein Core stabiler ist und ich das Gefühl hatte, deutlich sicherer zu sein. Jetzt nicht, weil ich irgendwie eingeschränkt in der Bewegung wäre, sondern weil meine Muskulatur besser arbeitet. Und habe jetzt natürlich aber auch nicht mehr den Vergleich, weil ich das in den ersten Tagen nicht genutzt hatte. Beim Laufen selbst habe ich dann den Weichrinnen genommen gehabt. Ich habe da in meinem Blog auch mal so einen kleinen Erfahrungsbericht zugeschrieben gehabt. Und das war fürs Laufen okay gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, dadurch sicherer zu sein. Also in erster Linie hat das zum einen natürlich, das nennt sich propriozeptiv, also dass man quasi so die Körperwahrnehmung und dadurch arbeitet die Muskulatur noch mal so ein bisschen bewusster. Und man hat vielleicht auch selber psychisch noch mal so ein kleines besseres Gefühl. Was das angeht, hat mir das tatsächlich geholfen in der Anfangszeit. Ich hatte trotzdem diese Ansteuerungsprobleme im linken Bein. Also es war jetzt irgendwie kein Wundermittel und eine Wunderheilung irgendwas in der Richtung. Aber es hat mir die ersten, ja, die ersten längeren Läufe, auf die es dann ging, so bei 20 Kilometer und mehr, was ich damit gelaufen bin, geholfen gehabt. Habe es dann aber auch relativ zügig nach vier, fünf Einheiten, wie ich es gesagt, wie ich geschrieben hatte, mich davon emanzipiert. Also im Sinne von, das dann wieder abgelegt gehabt. Einfach auch aus dem Grund, weil ich damit keine Fehlhaltung irgendwie provozieren wollte oder irgendwelche Bewegungsabläufe, Muskelanspannungen, die dann im Alltag aber eigentlich gar nicht eingehalten werden. Also wenn man es so ein bisschen ausdrücken möchte, wie so eine Art Krücke vielleicht, die man am Anfang im Heilungsprozess noch nimmt, aber mit der ich dann ja auch nicht ein Leben lang rumlaufe, sondern versuche, die so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Was ich so ein bisschen raushöre, dass du auch eigentlich von Anfang bis Ende immer versucht hast, möglichst schnell dich zu emanzipieren von solchen Hilfsmitteln, weil die Gefahr ist ja schon da. Zum Beispiel nehmen wir jetzt diesen Stützkürtel, man macht den um und fühlt sich halt sicher dadurch und hast auf der anderen Seite diese Erinnerung an diesen krassen Schmerz und die Frage ist ja, wann verzichtst du draus und gehst ja auch ein bisschen Risiko ein in dem Moment. Ich höre so raus, du hast das dann relativ früh, aber auch immer probiert und bist damit auch gut gefahren, ganz offensichtlich. Es gibt bestimmt Menschen, die dann vielleicht erst mal so ein Ja mit so einem Gürtel rumlaufen und dann vielleicht immer noch sagen, boah, wenn ich den jetzt ablege. Ja genau und das ist eben so ein bisschen das Problem, dass wenn du den jetzt ein Ja trägst, dass du dann wirklich dann vielleicht an dem Punkt angekommen bist, dass du den entweder brauchst, weil dein Körper entsprechend sich so von der Muskelarbeit sich daran gewöhnt hat, vielleicht auch was verkümmert, weil du Schonhaltung, Fehlhaltung einnimmst oder bestimmte Muskelbereiche nicht mehr richtig arbeiten. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch berücksichtigen, dass ich ein recht sportliches Niveau habe, von dem ich komme und mich da ja wieder rantasten wollte. Das heißt, ich war ja jetzt nicht jemand gewesen, dem komplett die Rumpfmuskulatur irgendwie gefehlt hätte oder sowas in dem Bereich und das heißt, mein Tempo, das ist jetzt nicht unbedingt eins, was ich auch jedem empfehlen würde beziehungsweise was auf jeden eins zu eins übertragbar wäre. Aber die Intention, die generelle, nämlich so schnell wie möglich Normalität herstellen, das ist auf jeden Fall das, was ich eigentlich jedem nur empfehlen kann und was eigentlich auch das ist, was man generell so aus den entsprechenden aufgearbeiteten Themenartikeln rausliest. Frage ist eben nur, wie schnell dieser Prozess dann bei jedem Einzelnen ist. Aber generell ja, so schnell wie möglich Normalität herstellen, sich emanzipieren von solchen Sachen, die am Anfang gut, sinnvoll und hilfreich sein können, aber dann eben ja Normalität wieder versuchen zu erlangen. Ich bin auch noch nicht wieder bei 120-prozentiger Normalität, aber also so ein Beispiel ist zum Beispiel das schwere Beugen. Am Anfang sagte ich ja, Oberkörper nur trainiert. Irgendwann hatte ich dann begonnen gehabt, an der Beinpresse mich so ein bisschen auszuprobieren. Da ging auch nicht jedes Modell. Es gab Modelle, da habe ich die Wirbelsäule, das Becken abgekippt, wenn die Gewichtsschiene an mich herankam, was unangenehm dann war, also nachhinein, wie ich dann nämlich zwei, drei Stunden nach dem Training so ein bisschen gemerkt habe, okay, das war jetzt nicht ganz optimal gewesen. Jetzt keine Schmerzen, aber auch kein Gefühl, was da sein sollte nach dem Training. Mich da versucht halt am Anfang gerade zu testen, habe dann, also für mich zum Beispiel hat dann eine Hackenschmidt-Kniebeuge funktioniert, die viele sicherlich auch im Fitnessstudio auch kennen und habe jetzt aber vor vier Wochen, meine ich, wieder auch mit dem Kniebeugen begonnen gehabt und habe da jetzt auch zuletzt wieder mit 100 Kilogramm fünf Wiederholungen gebeugt auf meine 75 Kilo, die ich habe. Das sind jetzt keine Weltklasseleistungen und es ist bei Weitem nicht das, wo ich mal hergekommen bin, aber auch da versuche ich halt so Step by Step mich wieder langsam heranzutasten und vor allem auch nicht psychische Barrieren bei mir aufzubauen im Sinne von ich kann das nicht oder es funktioniert nicht oder mir geht was kaputt oder so, weil machen wir uns nichts vor. Man ist natürlich dann auch ein bisschen sensibel und hinterfragt sein sportliches Leben und möchte ja auch weiterhin Sport machen und nicht wieder ein Sportinvalide sein und ist dann natürlich auch ein bisschen sensibler bei jedem kleinen Bewechem, was man vielleicht vorher nicht so wahrgenommen hat und da so den gesunden Mittelweg zu finden, auch das ist ein Prozess, den ich genauso durchmache wie jeder andere wahrscheinlich auch und versuche da eben wie gesagt auch da eben weiterhin Normalität für mich zu erreichen und dort ist ja am Anfang ja auch gesagt gehabt oder wir hatten ja am Anfang, dass ich Hybrid-Training für mich betreibe, also Kraftsport und Ausdauertraining und ich hatte für mich da auch versucht, zwar beides gleichzeitig so gut wie möglich wieder zu machen, aber auch für mich so die Priorität gesetzt, was ist mir wichtiger und wichtiger war mir das Marathonlaufen. Also das Marathonlaufen war mir wichtiger als wieder 200 Kilo beim Kreuzheben zu bewegen oder irgendwie mit meinem doppelten Körpergewicht fünf Wiederholungen zu beugen oder sowas. Marathonlaufen hat erstmal Priorität gehabt, das hat jetzt funktioniert, da arbeite ich auch weiter dran, auch da bin ich noch nicht wieder auf Normalzustand und jetzt kommt aber eben langsam auch wieder das Krafttraining immer weiter zu, alles außer Kniebeugen und Kreuzheben bin ich wieder auf einem völlig normalen Niveau wie vorher auch und auch alle anderen Sachen, sowas wie Freeletics, Rudern, ich weiß nicht, es geht auch wieder alles völlig normal ohne Probleme, also auch gar keine Schmerzen am nächsten Tag oder Probleme und Einschränkungen und jetzt versuche ich halt peu a peu mich langsam wieder ans Beugen heranzutasten auf auf Anführungsstrichen normale Gewichte, vielleicht werden es nicht wieder 150, 160 Kilo die ich auf Wiederholung beuge, aber dann ist das so, das ist dann, da habe ich dann auch keine falsche Eitelkeit oder irgendwie sagt mir, das muss jetzt unbedingt sein oder sowas, sondern ja, ich war, vielleicht ganz, ganz lustige Anekdote, weil man könnte jetzt vielleicht auch meinen, so Muskelverlust oder irgendwie sowas, wenn man vielleicht ein halbes Jahr lang nicht richtig Beine trainieren konnte oder nicht so, wie man es vorher gewohnt war, ich passe weiterhin nicht in normale Jeans von der Stange rein, wir waren, vor zwei Wochen war ich mit meiner Frau einkaufen, weil ich eigentlich neue Jeans brauche und ich trage von der Marke, die man vielleicht im Internet auch gefunden hat, so Jeans, die so ein bisschen Sledge haben, die sich in Sport, ja genau, die trage ich, bin davon sehr begeistert von denen, sind sehr bequem, sind wirklich super, also ich kriege da kein Geld, ich bezahle meine Jeans selbst von denen, diese kosten ein bisschen mehr, hab die aber auch seit, ich glaube, vier Jahren zwischen schon und die sind super immer noch und dachte mir jetzt aber, ja gut, kannst du ja mal versuchen, mal so einen Anlauf starten, ob du nicht doch wieder im Geschäft was findest und ich war in, ich weiß nicht, fünf, sechs verschiedenen Läden, wo es Jeans gab, ich habe keine einzige Jeans gefunden, die über meine Oberschenkel, die nicht wie eine Leggings an den Beinen saßen, sondern entweder, wie gesagt, saßen sie oben wie eine Leggings oder an den Beinen hatte ich Platz und hatte davor aber am Bund dann irgendwie, da haben wir zehn Zentimeter Bauch gefehlt oder sowas und hab dann tatsächlich auch von einer Verkäuferin den Spruch bekommen, dass ich weniger Sport treiben sollte. Also ein bisschen Ja genau, du musst halt die richtigen Prioritäten setzen, ne Frank? Ja, weil ein bisschen war das auch Body Shaming auf eine andere Art, vielleicht auf eine gesagten Weise, ne? Man sagt ja auch niemandem, dass er zu fett ist. Also ich fand das schon und sie sah nämlich auch nicht unbedingt sportlich aus, also ich fand das schon ein bisschen umpassend von ihr, weil ich wollte ja was kaufen, das war ja nicht so irgendwie, also ich habe ja auch gesagt, ich habe ein Problem und bitte, ich brauche entsprechende Jeans und mir ist bewusst, dass ich jetzt nicht unbedingt das Erstbeste kriege, aber können wir vielleicht mal zusammen gucken, ich möchte gerne auch kaufen, also zahl auch gerne zwei, drei, vier oder zehn Euro, 20 Euro mehr, wenn das dann passt. Naja, aber jedenfalls die Beine sind immer noch zu dick für normale Jeans, das heißt auch das ist so ein Punkt, weil man da vielleicht so ein bisschen Angst hat, dass irgendwie sportlich man sofort degeneriert und nichts mehr funktioniert. Das, so mag man sich fühlen und was so Muskelkoordination angeht, das ist ein Faktor, der geht dann auch relativ schnell zurück, der kommt aber auch relativ schnell wieder, den erlangt man auch relativ schnell wieder, das heißt so nach vier, fünf, acht Wochen ist man da auch schnell wieder auf einem normalen Niveau, man sollte sich da nicht täuschen lassen vom Wiedereinstieg und vor allem auch nicht frustrieren lassen und was die Muskulatur selbst angeht, wenn die vorher über Jahre angebaut wurde, dann geht die nicht von zwei, drei, vier, fünf Wochen, wo man vielleicht deutlich weniger machen muss und kann, dann geht die nicht plötzlich weg, also das vielleicht auch nochmal so zur Beruhigung, weil das ja auch so ein Punkt ist, über den man vielleicht so ein bisschen dann nachdenkt und dann vielleicht auch nämlich in eine ganz oder gar nicht Spirale reinrutschen kann, im Sinne von, jetzt habe ich hier vier Wochen, konnte ich nicht Sport machen, fühlt sich vielleicht unwohl, jetzt macht das vielleicht auch keinen Sinn, wieder einzusteigen, sondern sich da vielleicht bewusst werden, warum man vorher Sport gemacht hat und dass das vielleicht jetzt einfach mal ein paar Wochen sind, wo es nicht ganz so läuft, wie man sich es vorstellt, aber es wird wieder normal werden. Das ist ein guter Punkt, ein wichtiger Gedanke. Zu den Hilfsmitteln noch, die verlinke ich gerne in den Shownotes. Das Buch Schmerzen verstehen von David Belter habe ich mir auch gerade bestellt. Das ist auch ein Springer-Fachbuch, interessiert mich auch sehr, das Thema. Gibt es sonst noch Bücher oder Hilfsmittel oder vielleicht auch Kurse oder sowas, was dir geholfen hat auf deinem Weg? Leider gar nicht. Das war wirklich das Frustrierendste fast für mich gewesen, dass ich das Gefühl hatte, dass mehr oder weniger im Internet überall das Gleiche stand, als ob einer beim anderen abgeschrieben hat. Nun bin ich ja auch selber für eine Plattform seit vielen Jahren inzwischen ja auch aktiv im Sinne von selber schreiben, aber auch Autoren koordinieren und habe auch so ein bisschen Einblicke in andere Portale, wie die das lösen mit ihrem Content, den sie bekommen, jetzt nicht nur im Sportbereich, sondern auch durchaus in anderen Bereichen und weiß, dass es leider auch so manchmal läuft, dass da einfach die Autoren nicht irgendwie großartig recherchieren, sondern wirklich einfach nur voneinander abschreiben, was dann teilweise auch an den Bezahlungen liegt, für die Artikel dann gegeben werden. Also das ist so ein Kreislauf, sag ich mir so ein bisschen. Aber auch in der Sportliteratur, also ich habe ja durchaus eine kleine Bibliothek hier zu Hause, die sich, glaube ich, sehen lassen kann, was Fachliteratur angeht. Selbst da, wenn ich meine Literatur reingeschaut habe, wenn es um Sportverletzungen geht, um alles, was so in diesem Bereich abdeckt, dann wird der Bandscheibenvorfall als typisches Beispiel natürlich immer wieder auch thematisiert, aber auch da stand immer wieder mehr oder weniger das Gleiche drin. Im Sinne von 8 bis 12 Wochen, dann ist das schon wieder alles normal und hin und her und das Prinzip erklärt, alles schön und gut, aber letztendlich unter dem Strich nicht besonders jetzt hilfreich gewesen, dass ich gesagt hätte, da habe ich jetzt so einen großen Cue draus gezogen. Wobei, vielleicht ist das auch das große Learning aus der ganzen Geschichte, dass es eben keine Tricks und keine Kniffe gibt, sondern einfach nur geduldig sein und beständig bleiben und wenn man es bisher nicht gemacht hat, dann natürlich kann aus meiner Sicht sowas wie Mobility-Arbeit und insbesondere gezielte Core-Arbeit helfen. Da gibt es, ich hatte ja die Prehab-Guys empfohlen gehabt, von denen habe ich mal ein Programm gemacht für die Füße, als ich damals vor fast zwei Jahren Probleme mit meinen Füßen hatte und mit dem Plattfuß quasi, den habe ich wegbekommen, unter anderem durch Übungen, die ich da quasi gemacht habe, da habe ich auch bei mir auf dem Blog auch ein Erfahrungsbericht zu mir Bildern, wo man sich das mal angucken kann und die haben glaube ich auch was für Rumpfstabilität und ähnliche Sachen, ansonsten gibt es auch noch andere, es gibt auch noch ähnliche Plattformen, die ähnliche Sachen anbieten und das kann einem vielleicht helfen, wenn man wirklich komplett lost ist, weil mein Arzt hatte mir dann zwar Physiostunden verschrieben gehabt, also für den Physiotherapeuten, ich glaube acht Sitzungen oder sechs Sitzungen oder sowas, ich habe die aber nie eingelöst, weil ich bin in meinem Leben schon auf eigene Rechnung auch durchaus beim Physio gewesen, letztendlich ist das immer auch etwas Glück, wen ich da gerade erwische und unterm Strich wären das aber auch nur 30 Minuten, die ich da kurz mit dem habe und ich weiß jetzt schon, was der Physio mir sagen würde, wenn er verantwortungsvoll ist, nämlich machen Sie das und jenes zu Hause und es kommt eben darauf an, dass man zu Hause jeden Tag dann was macht und was ich machen muss, welche Übungen es da gibt, das weiß ich für mich selbst, das habe ich mir dann teilweise noch mal kurz auf entsprechenden YouTube-Videos, die andere Physiotherapeuten online gestellt haben, noch mal angeguckt und wenn man da aber völlig lost ist und wirklich keinen Anfang für sich weiß, dann kann man vielleicht wirklich auch noch mal entsprechende Kurse im Internet suchen, wo dann mit Videoanleitungen und allem drum und dran man diszipliniert wird, so einen kleinen Übungskatalog bekommt, nur abnehmen tut es einem letztendlich eben keiner, dass man sich dann fünf bis sieben Tage die Woche hinsetzt und seine Übung dann macht für eine halbe Stunde und das ist wirklich noch mal das Wichtigste vielleicht an dem ganzen Punkt, dass man eben die Dinge macht, die einem vielleicht auch keinen Spaß machen, sei sowas eben wie das Radalgometer, sei es vielleicht auch sowas wie bestimmte Mobility-Übungen, die man normalerweise nicht macht, also ich mobilisiere mich praktisch jeden Tag, ist auch nicht unbedingt das, wo ich jetzt sage, das ist das Tollste des Tages, aber es ist okay für mich, gucke da vielleicht nebenbei dann ein bisschen Fernsehen oder lass irgendwie Musik laufen oder sonst irgendwas, also versuche das irgendwie mit irgendwas angenehm zu verbinden und ich merke halt, dass es mir hilft und dass es mich besser macht in dem, woran ich Freude habe, nämlich Sport treiben im Sinne von Laufen, Krafttraining und sowas und wenn man mit diesem Mindset rangeht, dann kann einem das vielleicht auch helfen, aber leider so dieses große Buch der Bandscheibe, wo ich jetzt sagen würde, sind die zehn besten Tricks drin, die mir geholfen haben, die gibt es nicht, also auch sowas wie den Laufgürtel, darauf bin ich eigentlich nur durch selber überlegen, was könnte man noch machen gekommen, das habe ich jetzt auch nirgendwo als großartigen Tipp gelesen, was nicht heißen soll, dass das nicht vielleicht schon mal irgendwo stand, aber ich habe es nicht gefunden, wenn es irgendwer schon empfohlen hatte und entsprechend nämlich auch mir deswegen auch verschiedene gekauft und mit verschiedenen mich ausprobiert und ja, letztendlich Geduld gehabt, drangeblieben und eben, wie du schon richtig erkannt hast, versucht so früh wie möglich, mich von unnötigen Hilfsmitteln wieder zu befreien und zu versuchen, wieder vorwärts zu kommen auf mein normales Niveau. In der Regel reagiert der Körper ja auch mit starken Verspannungen auf sowas, hast du da so Trägerpunktarbeit gemacht? Habe ich generell immer schon so ein bisschen gemacht, ich habe da auch zwei sehr gute Bücher, das eine heißt, finde ich jetzt auch gerade nicht, es gibt zwei fantastische Bücher, ich kann die gerne nochmal im Nachhinein zuschicken, eins auf Englisch, was ein bisschen sehr viel teurer ist und dann ist immer so eine zusammengedampfte deutsche Version, von dem man auf Deutsch ein Triggerpunktbuch, wo ganz viele Bilder sind, ganz viele Anleitungen, wo welche Herausstrahlungen sind und Triggerpunkte, das ist so ein Thema, ich weiß, das wird manchmal von einigen belächelt, insbesondere von jüngeren Sportlern und jüngeren Coaches, hätte ich mit 20, 30 Jahren vielleicht auch noch, aber jetzt, wo ich auf die 40 zugehe, ist das etwas, wo ich merke, ich habe sie und wenn ich sie mir wegmassiere, merke ich, dass alles besser ist, also das spüre ich schon tatsächlich und ich hatte ja schon gesagt, der Gluteus im linken Bereich, der ist immer schon mal ein bisschen mehr verspannt bei mir gewesen, also da auch immer noch neige ich ein bisschen eher zu Triggerpunkten und was aber tatsächlich jetzt seit dem Bandscheibenvorfall neu hinzugekommen ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass meine Wade so leicht wie so eine Schnappbewegung nach diesem einen Kilometer hatte und diese in Anführungsstrichen Schnappbewegung, die hat mich auch in den letzten Wochen und Monaten immer mal weiter begleitet, also ich kann immer noch nicht richtig sprinten, weil ich immer noch manchmal dann das Gefühl habe, ich setze den Fuß irgendwie komisch auf oder ich weiß nicht, woran es liegt so richtig, dass die Wade so ein leichtes Schnappgefühl hat, das ist weniger geworden und schwächer geworden, aber es ist noch da, also wenn jemand da eine gute Idee hat, woran es liegen könnte, ich habe da versucht, mich schon querzulesen, ich finde nichts und habe aber für mich festgestellt, dass ich an der Wade im Kniekehlenbereich, also nicht ganz die Kniekehle, sondern ein bisschen mehr außen, da aber auf der linken Seite, wo ich ja das Problem habe, ganz, ganz extrem Triggerpunkt entwickelt habe und das habe ich irgendwie vor ein paar Wochen jetzt auch das erste Mal entdeckt und wenn ich den massiere und da entsprechend dran arbeite, dann fühle ich mich auch sicherer, was die Muskelarbeit angeht, also insbesondere auch so beim Beugen oder ich weiß nicht, ob jeder jetzt die Übung kennt, so Gluthemmbraces, das ist quasi da, ja da spannt man so die Beine ein und versucht aus dem Beinbeuger sich nach vorne zu bewegen und wieder aufzurichten, dass der Beinbeuger quasi arbeiten muss, so eine Übung, wo die hintere Kette quasi viel arbeiten muss, die funktionieren besser, seitdem ich diesen Triggerpunkt bearbeite, den ich scheinbar jetzt erst so richtig habe und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, weiterhin seit dem Bandscheibenvorfall, dass meine linke hintere Kette verspannter wäre, mehr Dehnung braucht, nicht so ganz arbeiten kann, wie die rechte Seite weiterhin. Ich glaube auch weiterhin, dass da irgendwas bei mir muskulär nicht ganz on top ist, bin da quasi selber noch so ein bisschen dran, das hatten wir ja vorhin glaube ich auch schon mal gehabt, das Thema, dass ich meinte, so ein Sportlerleben besteht halt daraus, dass man das eine Problem löst und sich dann dem nächsten widmen muss und ich habe quasi das Bandscheibenproblem jetzt für mich gelöst und widme mich jetzt so ein bisschen gerade so den muskulären Bereich, dass da kein bösen, ja kein böses Erwachen passiert und nicht irgendwie doch noch was auf mich zukommt, womit ich mir nicht rechne, aber ja, es ist besser geworden, aber es ist auf jeden Fall neu, wenn wir es so ausdrücken wollen. Ich meine, die Regeneration von Nerven, wenn die jetzt regenerieren, was ja wahrscheinlich ist nach dem Bandscheibenvorfall, ist ja auch etwas, was durchaus länger als ein halbes Jahr dauern kann. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Regeneration von Nerven ist, da müsste ich nochmal nachschauen, wie das mit denen war, weil das auch ein Thema ist, was diesem Schmerzbruch angesprochen wurde und aber du sprichst damit ja schon das Richtige an, weil beim Bandscheibenvorfall ist es ja so oder anders ausgedrückt, wir alle haben sehr viele Bandscheibenvorfälle in unserem Leben, die wir gar nicht richtig mitbekommen, also sei es jetzt so leichte Vorverwölbungen oder auch richtige und merken es ja erst so richtig, wenn der Nerv quasi getroffen wird, weil also der Gallenkern so sehr rausgedrückt wird, dass er auf den Nerv drückt und das wiederum strahlt ja dann informationsgebend in andere Bereiche aus und kann gut sein, dass ich da vielleicht irgendwas abbekommen habe, was nicht ganz geheilt ist, wenn wir es so ausdrücken möchten, ja, weiß ich tatsächlich nicht so richtig. Ich habe auch tatsächlich am Anfang noch das Problem gehabt, dass ich, wenn man sich hinstellt und die Füße mal anhebt, also seine Zehen quasi nach oben hebt, so den Beinheber, den Tibialis Anterior vorne am Schienbein ist da der, der dafür verantwortlich ist, den konnte ich auch die ersten zwei, drei, vier Monate nicht so richtig ansteuern, beziehungsweise war da geschwächt gewesen. Also was Muskuläre angeht, das habe ich mir nicht nur eingebildet gehabt, sondern konnte das auch mit bestimmten Tests auch selber für mich merken, okay, da arbeitest du noch nicht ganz so wie auf der nicht beschädigten Seite, also auf der, wo es nicht ausstrahlt. Das habe ich tatsächlich auch alles gemerkt gehabt, das ist aber auch viel besser geworden inzwischen und hatte das zum Beispiel auch im Anfang, dass ich dann so ab 10, 12, 15 Kilometern so einen Schlürfschritt bekommen habe, also richtig gemerkt habe, dass der zweite Fuß nicht so richtig angehoben wurde und so, wenn Kies, wenn Sand geschlurft ist, will ich nicht aufgepasst habe und aber auch das ist von Woche zu Woche wirklich besser geworden und selbst dann eben auf die Marathon-Distanz hat das keine Probleme mehr gemacht, sonst hätte ich auch, wäre ich auch nicht zum Marathon angetreten und hätte es auch gelassen, also das sind auch so Punkte, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Belastung, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen gehabt, so mit den Gehen und dass ich da durchaus auch so lange gegangen bin, dass es leicht wehtat, bin aber jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen Distanzen gegangen oder habe auf Biegen und Brechen irgendwelche Sachen gemacht gehabt, die sich nicht gut angefühlt hatten oder wo ich das Gefühl hätte, okay, wenn ich das jetzt weitermache, dann mache ich vielleicht was kaputt und ähnlich eben auch beim Laufen und Erhöhen der Kilometer, das hätte ich eben auch nicht gemacht, wenn ich gemerkt hätte, ich staginiere bei meinem Heilungsprozess und ja, mache jetzt auf Gewalt quasi weiter und das vielleicht so, weil wir vorhin ja hatten, wie schnell das Tempo sein sollte, das ist vielleicht so eine gute Orientierung, wenn ich merke, ich kann heute vielleicht schon mehr machen als vor eine oder von zwei Wochen, dann kann ich, oder bevor Probleme eintreten, das ist erst später, dann kann ich vielleicht langsam auch beginnen, das Pensum zu erhöhen oder die Intensität Stück für Stück langsam zu erhöhen. Ich musste gerade dran denken, der Ralf Kirschner, der vor, ja gut einem halben Jahr hier zu Gast war, der nutzt auch kinesiologische Methoden, hat damit gute Erfahrungen gemacht, er sagte, ich meine, er bringt das Beispiel auch in der Folge, dass er selbst mal umgeknickt ist und danach neurologische Probleme hatte, also er ist umgeknickt am Strand, möglicherweise beim Laufen, das weiß ich nicht mehr genau, hatte sich aber nicht verletzt, aber durch diese, er sagte, kannst du wiedergeben, was ich mir gemerkt habe, dass durch solche kleinen Traumata auch die neuronale Ansteuerung der Muskeln im Gehirn, so eine Fehlprogrammierung entstehen kann und dass man die aber auch wieder rauskriegen kann durch verschiedene Techniken und er nutzt dazu auch so kinesiologische Ansätze, ich bin kein Kinesiologe, deswegen kenne ich mich da nicht so mit aus, ich fand es nur interessant, weil er auch aus der Arbeit mit seinen Patienten da ein paar spannende Beispiele hatte, auch wo jemand, ich glaube vom Fahrrad gefallen ist und konnte dann nicht mehr ordentlich Tennis spielen und durch so bestimmte Übungen hat er das dann aber wieder aktiviert gekriegt. Genau, das sind ja auch so dieses Schmerzgedächtnis, was wir vorhin hatten, das geht ja auch so in diesen Bereich rein, nicht nur, dass die Bewegung selbst, bei der ich mich verletzt habe, irgendwie für Schmerzen sorgen kann, sondern eben, ja, ich Bewegungsprobleme habe, die vielleicht, wenn ich selber gar nicht so körpersensibel bin, selber gar nicht richtig in Kontext setzen kann oder einordnen kann und das ist ja auch die Schwierigkeit oftmals bei sowas und deswegen ist es eben auch umso wichtiger, eben versuchen, Normalität herzustellen und auch in Sachen, die es vielleicht nicht unbedingt mit Laufen, mit Kniebeugen zu tun haben, zu schauen, arbeite ich da normal, funktioniert das alles wieder normal und Kinesiologe, ich bin jetzt auch nicht der Kinesiologe- Experte, aber ich persönlich bin da auch ein Freund von, weil das eben, das stützt jetzt nicht wie so ein Stützgürtel, aber ist ja auch wieder auf der propriozeptiven Ebene, dass dem Körper oder dem Muskel ein Signal gegeben wird, was ist der Normalzustand, wo sollst du dich hin bewegen und wie soll der Muskel dann arbeiten und das sind ja feine Reize, die wir oftmals gar nicht wahrnehmen, auf uns prallen ja irgendwie, ich habe mal so eine Zahl gehört, ich weiß jetzt nicht, wie weit sie stimmt, aber irgendwas von 313, die gleichzeitig auf uns einprasseln, was so Temperatur, Luft, wo wir sitzen, alles, Körperkleidung und vieles davon nehmen wir ja gar nicht bewusst wahr, also unsere Kleidung am Körper, wo wir drauf sitzen und sowas, wenn wir jetzt nicht bewusst drauf nochmal denken oder daran denken, dann nehmen wir es ja alles gar nicht wahr und Kinesio-Tapes helfen ja in dem Bereich dann vielleicht auch gar nicht mal, dass wir es dann bewusst irgendwann bei der Aktivität wahrnehmen, aber dass dann der Muskel an dieser Stelle eben wieder so arbeitet, wie er es eigentlich machen sollte, also ich bin da tatsächlich positiv auch zu geneigt, diesem Hilfsmittel. Zu dem, was ich eben gesagt habe, also das, was er sagte, war nicht diese Tapes, sondern bestimmte Übungen, die man dann macht, die nochmal ganz anders funktionieren, also diese Tapes habe ich in der Vergangenheit allerdings auch schon benutzt und damit auch in vielen Fällen auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja, man muss auch dazu sagen, er ist ja Orthopäde und auch mit Sportmedizin, kommt eher auch aus der Unfallchirurgie und vertritt aber sehr diesen konservativen Ansatz. Also sagt, es gibt Fälle, wo man vielleicht operieren muss, aber in vielen Fällen muss man es halt nicht. Man beschäftigt sich viel mit so, auch so über den Tellerrand drüber und diese Kinesiologie ist auch eine Fortbildung, eine umfangreiche, die man machen kann, vielleicht vergleichbar mit der Osteopathie, die nochmal eine andere Sichtweise drauf hat, sozusagen, ohne dass ich mich da fachlich besonders gut auskenne mit dem Bereich. Also in dem Bereich Muskelketten und sowas meinst du dann, ja, so auch wie diese Faszienketten und ähnliches oder wohin ging es dann, in welche Richtung? Also nach meinem Verständnis geht es tatsächlich um die neuronale Ansteuerung der Muskulatur und dass man da eine Umprogrammierung hinkriegt durch verschiedene Übungen. Also es ist nochmal anders als die Betrachtung des Gewebes. Der fasziale Ansatz ist nochmal ein anderes Modell und Kinesiologie ist halt auch ein Modell. Ich weiß auch nicht, wie viele Studien es dazu gibt. Das ist ja häufig auch so ein bisschen das Problem. Zum Beispiel Osteopathie wird halt viel verwendet, auch im Leistungssport. Und es gibt gar nicht so viele Studien dazu, sodass halt viele auch sagen, ja, ist ja alles wissenschaftlich gar nicht bewiesen. Ja, aber in der Praxis hilft es halt. Wie gesagt, ich habe mich da selbst auch nicht so mit beschäftigt, dass ich da viel recherchiert habe oder so. Ich kann das nur wiedergeben, was er gesagt hat. Aber auch in der Folge, als er hier zu Gast war, haben wir das, meine ich, auch thematisiert. Also ein kleiner Hörtipp für mich und alle, die das jetzt gehört haben. Hier ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Wir dürfen ja noch den Kreis schließen. Und zwar, du bist vor anderthalb Wochen den Duisburg-Marathon gelaufen und, Spoiler, eben auch gefinisht. Und nicht nur das, sondern eben auch in unter vier Stunden. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon, also ich erinnere mich noch an das Gefühl vor meinem ersten Marathon, wo ich nicht so genau wusste, was kommt hier auf mich zu. Aber da kam ich nicht aus einer Verletzung, sondern ich hatte einfach diese Erfahrung noch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon ein besonderer Lauf für dich war, oder? Es passt so ein bisschen der Vergleich zum ersten Marathon, weil ungefähr so habe ich mich auch gefühlt. Und was du gerade gesagt hast, so vor dem ersten Marathon, dieses Gefühl, dass man nicht weiß, was kommt auf einen zu? Schafft man das? Wie ist das überhaupt alles? Wie wird das sein? Das ging mir vor meinem ersten Marathon genauso. Und gefühlt war es diesmal auch wieder ganz genauso. Und auch was da mir wieder geholfen hat, auch wieder so ein bisschen so die Erfahrung, Rückblick, wie hast du frühere Situationen bewältigt? Ich hatte ja Fußprobleme gehabt vor zwei Jahren und habe die dann gut wegbekommen. Und dann kam aber Corona, dann gab es keine richtigen Läufe und dadurch dann eben auch ein halbes Jahr Marathon-Pause damals gehabt, so ein bisschen ungeplant oder acht Monate sogar. Und hatte da dann auch unter relativ heißen Bedingungen einen Marathon in Bremerhaven gefinisht gehabt. Und hatte da dann so ein bisschen meine Trainingszeiten im Vorfeld verglichen und wusste dann, okay, du bist jetzt noch nicht so ganz auf dem Niveau, was du damals wieder hattest, aber das müsste ungefähr passen. Und du wirst auf jeden Fall durchkommen. Das war mir klar. Ich bin ja im Training ja auch meine 35, 36 Kilometer nüchtern noch gelaufen. Das heißt, mit Trinken und Essen ist das ja auch nochmal was anderes oder ausreichend trinken. Ich laufe zwar die nüchtern Läufe auch mit dem Trinkrucksack, aber das ist nochmal was anderes, ob man jetzt nur Wasser trinkt oder ob man dann tatsächlich auch irgendwie noch ein bisschen was im Magen hat und darauf eben die Flüssigkeit zu sich führt. Hat auch wieder was mit Verdauung zu tun, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Und in dem Bewusstsein eben, okay, du wirst auf jeden Fall irgendwie ankommen. Das Zeitlimit sind sechs Stunden und das klappt schon dann irgendwie. Und das dann aber alles so gut geklappt hat, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin im Prinzip reingegangen ohne Erwartungen. Ich habe mir keine Zeit ansagen lassen über meine App, sondern habe quasi nur Musik abgespielt, bin nach Gefühl gelaufen. Ich wollte am Anfang, ich hatte mich hinten einsortiert irgendwo bei den 430 Finishing, um erstmal ganz demütig quasi in das Rennen zu gehen und zu gucken, wie fühlt sich das an. Ich habe dann gemerkt, okay, das ist jetzt doch eine Pace, die ist für mich zu langsam. Bin dann an die 345 Pacemaker rangegangen oder herangelaufen und habe mich da erstmal rangehangen und bin mit denen gelaufen und habe dann für mich gemerkt gehabt, das ist nicht mein Laufrhythmus gerade. Also ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Ich könnte schneller gerade laufen und habe dann genau das gemacht. Nach drei Kilometern im Prinzip, ja, den Erfolgen gerannt ist das falsche Wort oder würde ein falsches Bild vermitteln. Aber ich bin etwas schneller gewesen als die 345 Pacemaker und bin dann quasi erstmal losgelaufen, habe mein Rennen gemacht und es war den Tag heiß gewesen. Und das war halt nochmal so ein Faktor, ich glaube, jeder, der schon mal zum Marathon bei hohen Temperaturen gelaufen ist, man sagt ja so Pi mal Daumen, 10 Grad kannst du raufrechnen auf das, was das Temperaturmessgerät, hätte ich beinahe gesagt. Na, wie heißt das? Das Thermometer. Was das quasi anzeigt, da kannst du ungefähr nochmal 10 Grad raufrechnen, das heißt über 30 Grad im Schatten, den es nicht gab, also bei Brennen der Sonne, das war schon unangenehm und wusste halt, ich reagiere da sehr intensiv drauf, also ich kriege da wirklich Probleme ab einem gewissen Zeitpunkt und dachte mir aber auch, laufe erstmal Ergebnis offen rein. Ist dann so mehr, der weniger ging, kamen dann die üblichen Gedanken auf, warum machst du den Scheiß überhaupt, was soll das überhaupt, bist du doof, könntest jetzt auch nach Hause gehen, könntest jetzt abbrechen. Ich glaube, die ersten Abbrechüberlegungen kamen irgendwo bei 10 Kilometern auch schon, weil es einfach anstrengend war und heiß und bäh und keine Ahnung was und ich muss zugeben, die Strecke war jetzt auch nicht unbedingt so mein Highlight gewesen und die Stimmung war jetzt auch nicht so gut, was auch dann liegen könnte. Ich weiß es nicht, dass der Marathon erst eine Stunde später dann wirklich losgehen konnte, weil die noch Autos abschleppen mussten, aber dadurch war halt die Stadt auch echt leer gewesen, also es war jetzt auch nicht unbedingt dann so toll gewesen für einen Wiedereinstieg ins Laufen. Ich glaube, wenn es mein Erster gewesen wäre, dann wäre das doof gewesen und habe dann aber so beim Halbmarathon Distanz gemerkt, okay, du bist gerade 1,50, 1,51, bist du durchgelaufen, es ist anstrengend, du weißt, du wirst langsamer werden, weil es auch heißer wird, aber mal gucken, was geht, was funktioniert und dann beginnen so die Rechenspiele, die glaube ich jeder kennt, wenn man so eine lange Strecke läuft, dass man so überlegt, wie viel müsste ich noch und was für einen Zeitpuffer habe ich und so weiter und so fort und hatte dann für mich selber irgendwann so ein bisschen ausgerechnet, wenn ich so bis 27, 28 Kilometer komme und die 3,45 Pacemaker mich dann einholen würden, dann würde mein Puffer eigentlich reichen, dass ich langsamer als die bin, aber trotzdem unter vier Stunden ankommen würde und so ungefähr lief es dann auch tatsächlich, also mein Plan, wie man es so ausdrücken möchte, den ich mir während des Rennens dann geschmiedet hatte, ganz spontan, der ist aufgegangen, man hat mich bei 27 Kilometern kassiert, die Pacemaker sind an mir vorbei, ich bin aber weiter gelaufen, ich hatte fast keine Gehpausen, was auch schon mal für mich gut war, bin aber immer langsamer geworden und wenn zwischendurch nicht die Wolken aufgezogen wären, so auf die letzten zehn Kilometer, weiß ich nicht, ob ich nicht über vier Stunden gebraucht hätte, aber so hat es dann tatsächlich geklappt, also drei Stunden 56 war ich über die Ziellinie, ich war kaputt, das ist nicht, jetzt keine, keine, nicht annähert meine Bestzeit gewesen, nicht annähert natürlich, aber es war auch nicht mein langsamstes Rennen, das war nochmal ein bisschen langsamer damals in Luxemburg gewesen, auch das war sehr heiß gewesen, das Rennen und von daher bin ich insgesamt total happy, also das ist ein Ergebnis erstmal für mich selbst auch, dass man wieder mal so einen Stand hat, wo ist man, weil ich sage mal im Training kenne mich jetzt nicht auf die Idee, Marathon zu laufen, einfach mal so, da weiß ich nicht, ich bin auch nicht verrückt genug dazu, aber das war jetzt Nummer 33, wenn man die beiden Ultras, die ich gelaufen bin, mit dazu rechnet und jetzt geht im Prinzip so ein bisschen die Jahresplanung für mich los, also im Sinne von, ich weiß, ich kann Marathon wieder laufen, ich weiß, dass es mir vor allem am nächsten Tag vor allem auch gut ging, es war nicht so, dass ich danach irgendwie völlig kaputt war, ich bin dann noch in Duisburg in den McFit duschen gegangen, weil ich da eine Mitgliedschaft habe und man praktischerweise dann auch natürlich in Duisburg seine entsprechende Studie aufsuchen konnte, bin da duschen gegangen und bin dann noch nach Hause gefahren, die zweieinhalb, drei Stunden und habe noch, habe voll erzählt, meine Frau hat ein Pferd, sonntags hatte ich Stalldienst, habe ihr noch beim Abäppeln auf dem Paddock geholfen gehabt, also ich war jetzt nicht völlig zerstört gewesen und das war für mich vor allem auch ein positives Zeichen und mir ging es am nächsten Tag auch gut, ich hatte jetzt nicht die furchtbaren Muskelkater-Schmerzen oder irgendwie sowas und jetzt gehen die Planung quasi für die Marathon-Saison 2022 für mich los, wenn man es so ausdrücken möchte und ich glaube, dass ich total happy bin, das kann man sich glaube ich vorstellen, dass das einfach nur für mich ein tolles Erlebnis war und ich sage mal so, der Marathon selbst, den fand ich jetzt nicht so toll, also die Strecke und die Stimmung und so, das war alles nicht so wunderbar gewesen, aber da wird man halt immer gut in Erinnerung bleiben, weil das einfach so der erste nach dem Bandscheibenvorfall war und das für mich wieder so ein kleines Ding ist, dass ich mir selbst wieder mal was bewiesen habe, wie man es so ausdrücken möchte, also etwas, was glaube ich auch nicht unbedingt alltäglich ist, ist auch in der Zeit nach sechs Monaten wieder einzulaufen und ich muss niemandem was beweisen, also das mache ich jetzt nicht irgendwie, weil ich damit irgendjemanden imponieren möchte, aber für einen selbst so. Man definiert sich ja vielleicht auch über Sachen, die man geschafft hat, die vielleicht eine Sache ist, die nicht alltäglich für jedermann möglich ist und ich sag mal so auf den, auf der Liste, die es nicht gibt, aber hätte ich so eine Liste an Punkten von Dingen, auf die ich stolz wäre oder auf die ich mit, mit einem gewissen Stolz zurückblicken würde, da wäre das schon doch weit oben mit auf der Liste, dass ich halt für mich geschafft habe, nach sechs Monaten wieder Marathon zu laufen, weil jetzt weiß ich, dass es funktioniert, aber von einem halben Jahr hätte ich das nicht gewusst und hätte es da irgendwie eine Wette mit mir gemacht und ich hätte irgendwie darauf setzen müssen, ob ich das schaffe oder nicht, da hätte ich nicht auf mich gesetzt, dass ich in sechs Monaten wieder Marathon unter vier Stunden laufe. Das ist also für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich finde es mega inspirierend und freue mich auch richtig für dich, also ich fühle das richtig mit. Wenn du jetzt ja zurückschaust, gibt es, ja, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, auf die Zeit vor dem Bandscheibenvorfall, gibt es etwas, was du rückblickend anders machen würdest? Ich wäre die drei Trainingseinheiten im Januar nicht so angegangen, wie ich sie umgesetzt habe und ich sagte schon, ich mache seit, ja, bald 25 Jahren trainiere ich und das wäre natürlich völlig gelogen, wenn ich behaupten würde, ich habe da immer alles richtig gemacht oder alles vernünftig gemacht. Auch Informationsmöglichkeiten waren ja vor 20, 25 Jahren ja noch ganz andere gewesen, als es heutzutage der Fall ist und ich sagte ja auch schon, so ein Bandscheibenvorfall, man hat zwar vielleicht das eine Erlebnis, worauf man zurückführen kann, aber die Degeneration der Bandscheiben, das ist ja ein Prozess über Jahre hinweg und ich weiß selbst, dass ich halt die ersten, sagen wir mal, zehn Jahre meines sportlichen Lebens wahrscheinlich nicht so vernünftig Kniebeugen und Kreuzheben ausgeführt habe, wie man es machen sollte und da werde ich halt was mitgenommen haben, was dann vielleicht irgendwie den Altersprozess meiner Bandscheiben beschleunigt hat, um es mal so auszudrücken, dass sie da vielleicht damals was mitbekommen haben oder in einer Art und Weise abgenutzt wurden, wie es vielleicht in zehn Jahren oder in einer Phase von zehn Jahren noch nicht normal gewesen wäre. Aber andererseits sage ich mir auch, andere Leute arbeiten auf dem Bau oder haben andere Dinge, wo der Körper vielleicht sehr gefordert ist und weiß ich nicht, ich finde das schwierig zu sagen, irgendwie dies und jenes anders machen, weil man wäre ja auch nicht heute an dem Punkt, an dem man angekommen ist und man muss, glaube ich, auch bestimmte Sachen im Leben, muss man einfach für sich selbst Erfahrungen machen. Ich weiß selbst als Jungspund, wenn mir da einer erzählt hätte, mach dies und jenes besser so oder du kriegst diese und jene Verletzung, dann hätte ich das vielleicht auch gar nicht ernst genommen und so nach dem Motto der alte Mann und was will der mir erzählen? Und ich glaube, diese Phase, die ist, glaube ich, auch normal in meinem Leben. Vorhin hatte ich ja von Triggerpunkten gesprochen, sowas habe ich auch halt mit 20, 30 halt nicht wirklich wahrgenommen, falls ich sowas jemals gehabt hätte. Und so ist es, glaube ich, eher ein Prozess, der zum Alter, glaube ich, dazugehört, dass man auch mal Wehwehchen hat, dass man auch mal Problemchen bekommt, aber dass man eben auch lernt, sich damit zu arrangieren, damit umzugehen und eben daran nicht zu scheitern, sondern, ja, daran zu wachsen, so doof das vielleicht irgendwo klingt und auch vielleicht auch gar nicht irgendwie jetzt irgendwie schönreden und sagt dem Motto alles halb so wild und keine Ahnung was. Natürlich hätte ich auch auf diesen Bandscheibenvorfall sehr gerne verzichten können und sehr gerne hätte ich dieses halbe Jahr weiterhin ganz regulärs Sport weiterhin gemacht, aber vielleicht, um das mal so auszudrücken, so ein Bandscheibenvorfall ist keine körperliche Kapitulation im Sinne von, dass ich danach ein Sportinvalide bin, wie es vielleicht immer noch manchmal in den Köpfen so drin ist. Also ich weiß, ich habe mit meiner Frau auch darüber gesprochen gehabt und ich sagte ja schon, die hat mit Sport nicht viel am Hut und auch bei der war das noch so im Denken drin, Bandscheibenvorfall, nie wieder Sport machen oder wie mein Arzt es mir gesagt hatte, nur noch Fahrrad fahren und irgendwie Körpergewichtsübung und das ist eben einfach tatsächlich Unsinn, das muss man ganz klar so sagen und das sagen einem auch wirklich Sportmediziner, die dann in dem Thema vernünftig drin stecken. Aber man muss eben das vielleicht als Warnsignal vielleicht nehmen, dass der Alterungsprozess, auch wenn man ihn manchmal nicht so wahrhaben will, niemanden verschont, auch mich nicht und dass man da vielleicht einfach sensibler ist, vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt und letztendlich lernt aus der ganzen Geschichte. Also ich weiß nicht, ob ich was, wenn ich wirklich die Möglichkeit hätte, ja wie gesagt, diese drei Einheiten im Januar, die hätten nicht sein müssen in der Form, die würde ich vielleicht irgendwie weglassen. Andererseits, wer weiß, wo mich dieses Learning jetzt hinbringt, was ich jetzt mitgenommen habe, weil ich wie schon sagte, das schon durchaus nicht als alltägliche Leistung für mich jetzt wahrnehme und ich hoffe für mich, dass ich als Sportler da auch darin gewachsen bin oder als, ja, Sport ist ja ein Teil meines Lebens von mir als Mensch, dass ich da irgendwo für mich auch nochmal charakterlich was mitgenommen habe, was mich auch in anderen Lebensbereichen vorwärts bringen wird. Also ich war vorher schon kein Typ, der aufgegeben hat und vorher schon kein Typ, der irgendwie keine Lösung versucht hat zu finden und sich ein Problem gesuht hätte, sondern ich war vorher immer schon sehr lösungsorientiert, aber trotzdem lernt man ja auch immer noch dazu und versuche das alles positiv zu nehmen und mal gucken, wo es mich hinbringt, sag ich mal so. Gibt es sonst noch etwas, was sich für dich verändert hat durch diesen Prozess? Also zum Positiven, was du daraus mitnimmst? Nee, zum Positiven jetzt nicht. Was ich sagte, so ich bin noch nicht wieder bei alten Niveaus, weder beim Laufen noch beim Beugen, aber ansonsten eigentlich nicht. Also außer halt daran gehen, dass man vielleicht immer ein bisschen sensibler fürs Alter geworden ist und das vielleicht daran gehend, das ist jetzt spekulativ, das weiß ich ja auch nicht, mir aber vielleicht doch nochmal 10, 20 gute Sportjahre in die Zukunft bringt, einfach weil ich jetzt an einen Punkt gekommen bin, wo ich einmal gemerkt habe, okay, da gab es vorher vielleicht schon mal so zwei, drei kleine Signale, die ich ignoriert habe oder nicht so richtig wahrgenommen habe und da vielleicht nochmal sensibler zu sein, wenn in Zukunft nochmal irgendwo eine Kleinigkeit sein sollte, dass ich da früher beginne, darauf zu achten. Ja, das ist vielleicht so, aber ob es wirklich so ist, das ist jetzt spekulativ, das weiß ich auch nicht. Was sind deine Pläne jetzt für, ja, 22 Chicago, hattest du ja gesagt, das war dieses Jahr, ne? Bist du in der Lotterie gewonnen? Ja, genau, Oktober 2022, also letztes Jahr gewonnen und für dieses Jahr den Platz, genau. Und gehst du an den Start? Ja, selbstverständlich, ne? Sehr schön. Gebucht habe ich die Reise, das ist ja auch mal ein bisschen Kosten, gerade mit der Reise verbunden, die habe ich schon vor dem Duisburg-Marathon irgendwann, ich glaube, als ich die 30 Kilometer oder so gelaufen bin und mir klar war, okay, ich weiß noch nicht an diesem damaligen Zeitpunkt, ob ich Marathon durchlaufen kann, aber ich weiß, dass ich ihn durchhalten werde, im Sinne von sechs Stunden irgendwie werde ich da ins Ziel kommen, auf die eine oder andere Weise und von daher war damals schon klar, dass ich es machen werde. Was jetzt nur hinzugekommen ist, ist eben, dass ich jetzt so eine Planung habe, was dazwischen noch ist. Also es sind noch zwei Marathons und ein Ultra geplant vor Chicago und der eine soll in Rostock sein, das ist ein Nachtmarathon. Da habe ich letztes Jahr, mussten sie den über so eine Sieben-Kilometer-Strecke durch den Park führen, aufgrund von Corona. Dieses Jahr soll die richtige Strecke wieder sein. Bin ich mal sehr gespannt. Letztes Jahr habe ich gekotzt, das erste Mal bei einem Marathon. Das war da auch eine Erfahrung gewesen, aber hatte auch was wieder mit der Verdauung zu tun. Also zu viel Salztabletten tatsächlich genommen und da ein bisschen mit experimentiert. Und musste dann bei Kilometer 14, 15, hatte ich dann ein bisschen gekotzt gehabt. Das war auch eine Erfahrung. Da soll es jedenfalls nochmal nach Rostock hin. Dann ist nochmal ein Ultra geplant, über 50 Kilometer Ende August. Also jetzt kein super langer Ultra, aber ich habe Ultras, Peter 2 bis jetzt auch erst gelaufen. Da haben wir so ein bisschen die Dieben gelernt, dass das zwar deutlich länger ist, aber auch deutlich entspannter. Und ich finde die Ultra-Community, soweit ich die jetzt bisher kennengelernt habe, tatsächlich, das sind entspannte Leute, was so beim Start angeht. Also sehr, sehr, sehr angenehmes Teilnehmerfeld gewesen, zumindest bei diesen ersten beiden, die ich gemacht habe. Und dann ist nochmal eine in Vilnius geplant, in Litauen, bevor es dann nach Chicago geht. Und das nehme ich auch so ein bisschen als Training, sage ich mal, nochmal mit, weil das habe ich halt auch gelernt aus den letzten Jahren, dass, wenn ich dann ein, zwei, drei Marathons wieder gelaufen bin, das sind ja doch Strecken, die ich im Training eben nicht absolviere, dass ich spürbar von Marathon zu Marathon auch wieder besser werde. Also meine Leistung auch immer wieder logischerweise wie ein Trainingseffekt, der sich da summiert. Insbesondere, wenn ich nicht ein halbes Jahr zwischen den einzelnen Läufen habe, sondern eben ausreichend Zeit, dass ich regeneriere, aber eben auch wenig Genutzeig, um einen positiven Trainingseffekt mitzunehmen, wenn ich das mache, dass ich dann eben von Lauf zu Lauf besser werde. Und entsprechend ist das Ziel natürlich dann auch, die anderen Marathons jetzt auch unter vier Stunden zu finishen und langsam wieder dann an die 3.30 ranzukommen. Das wäre ganz schön und da würde ich aber auch guter Dinge, dass das wieder gut klappen wird. Ich wünsche dir viel Erfolg bei den drei Wettkämpfen in Vorbereitung auf Chicago, dann vor allen Dingen auch Chicago. Das ist ja auch so ein Traum für Läufer, da teilzunehmen. Und was für eine tolle Aussicht auch, dass du da jetzt an den Start gehen kannst. Man kann deine Laufberichte und auch Reiseeindrücke von solchen Marathons alle nachlesen in deinem Laufblog in 80 Marathons um die Welt. Verlinke ich natürlich in den Shownotes. Ich bin auf jeden Fall einer deiner Stammleser. Ich lese alles, was du veröffentlichst und lese das auch sehr gerne. Also jeder, der sich auch mit Laufen beschäftigt oder da Interesse dran hat, dem kann ich das nur empfehlen. Du teilst da auch deine Erfahrungen, auch zum Beispiel vieles von dem, was du jetzt beschrieben hast über die Erfahrung mit dem Bandscheibenvorfall. Da gibt es ja auch Artikel dazu, die, finde ich, auch sehr hilfreich sind oder sein können für Leute, die vielleicht in so einer Situation sind. Das, was du eben sagtest, man findet wenig Erfahrung dazu im Netz und du trägst dazu bei, dass sich das ändert. Und da bin ich sehr dankbar für. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast, deine Erfahrungen, deinen Weg hier mit uns zu teilen. Ich glaube, man kann es auch gut übertragen auf andere Herausforderungen, die es im Sportlerleben nun mal so gibt. Und für mich ist es ja auch immer die große Metapher fürs Leben, der sportliche Ansatz. Und vieles, was man so im Sport durchmacht, auch positiv bewältigt, lässt sich ja auch aufs Leben übertragen. So, und damit möchte ich auch jetzt einen Punkt setzen. Frank, vielen Dank. Habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen? Noch was vergessen zu erwähnen, was wichtig wäre? Nein. Wir hatten ja im Vorfeld gesagt, mal gucken, ob es wieder so lange wird. Deswegen schon mal Entschuldigung an alle, dass das wieder so eine ausschweifende Folge wurde. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war wieder ein sehr nettes Gespräch. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt gehabt, dass die letzte Podcast-Folge so eine der angenehmsten Podcasts war, wo ich jemals eingeladen war. Das kann ich nur wiederholen. Das war wieder sehr schön gewesen. Insbesondere, weil mal so die Möglichkeit war, dass wir mal so bei's Laufen so ein bisschen spricht, was ja auch sonst nicht so das Thema ist, worüber ich jetzt sonst die Möglichkeit habe, so viel zu sprechen. Und deswegen war das ja sehr schön. Vielen Dank. Ja, und du hast das letzte Wort. Du kannst eine Nachricht auf den Smartphones aller Menschen aufpoppen lassen. Was steht da? Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich ja schon das Ganze zurückgestellt und nichts Kluges dazu beizutragen gehabt. Und dann hat sich auch so viel, glaube ich, gar nicht geendet. Deswegen bleibt es jetzt wohl bei der zweiten Nachricht. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel zu sagen, was jeder auf seinem Smartphone haben muss, was so über das Übliche hinausgeht. Deswegen einfach nur mal an dich, vielleicht an dein Smartphone, einfach nur mal wirklich vielen Dank. Vor allem auch dir weiterhin. Ich habe ja gelesen gehabt, wie ich es richtig gelesen hatte, seit zehn Jahren jetzt quasi dein Projekt so ein bisschen. Dir weiterhin einen guten Atem, dass das quasi weiterhin alles geht und uns beiden vielleicht einen guten Alterungsprozess. Ich dann auch bald als Ü40-Jähriger, dass wir beide da weiterhin ein gutes sportliches Leben mit allen Höhen und Tiefen überstehen werden. Und hier nochmal der Werbepartner. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit sieben Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Mark Hörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung fünf Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. Die Adresse ist fmmag.de fmm wie Fitness mit Mark ag wie Athletic Greens.de also fmmag.de Schau einfach mal rein. Cool, dass du bis jetzt drangeblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de schrägstrich podcast und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Die Folge ist jetzt eigentlich schon zu Ende, aber Frank und ich haben uns nach der Aufnahme noch ein bisschen unterhalten und einen kleinen Ausschnitt wollte ich dir nicht vorenthalten. Der kommt jetzt. Da kommt wenig Fachliches bei rüber. Also du kannst auch gerne diese Folge beenden und du kannst auch weiter zuhören. Also viel Spaß. Ach, da wollte ich dich vorhin nur zwischendurch, es passt ja nicht mehr so richtig mit dem Buch hier von Triggerpunkt. Ich habe hier von Roland Gauchi das Buch. Ist das auch das, was du hast, das Deutsche? Manuelle Trigger. Das ist mega teuer. Das hat 150 Euro gekostet. Auch so ein Team. Nee, von Simeon, Neil Ascher. Das kostet auch nur 30 Euro. Referenzbuch, Triggerpunktbehandlung. Das ist das Deutsche. und dann der englische Schinken, der heißt Myofascial Pain and Dysfunction. The Triggerpoint Manual. Ich google das mal, das war nämlich ein bisschen teurer. Myofascial Pain and Dysfunction. Genau, das kostet nämlich 130 Euro. Aber das Deutsche für 30 Euro, das tut es eigentlich auch. Das ist ein bisschen weniger theoretisch, aber im Prinzip ist die ganze Theorie bloß weg, die in dem englischen Buch mit drin ist und fast das mehr so auf die Praxis zusammen, was man machen kann, wo man anfassen muss und für 30 Euro total super. Und das war unter anderem nämlich im Rahmen der Recherche und für mein Verdauungsbuch auch so ein Punkt, dass es für einige Verdauungspunkte, Probleme wohl auch Triggerpunkte gibt, die nicht nur unbedingt im Rumpf sind, sondern auch in einzelnen anderen muskulären Bereichen, die je nachdem, was man hat, im Einzelfall auch helfen können. Also das war dann so eine Sache, wo ich beim Recherchieren dann mit drauf gestoßen war. Und wenn Geld keine Rolle spielte, welches der beiden Bücher und du dürftest nur eins davon besitzen? Das 30er trotzdem, weil es einfach für genügend Theorie bietet und für die Praxis aber alles Wichtige auf den Punkt bringt. Also das Englische ist fast schon zu viel, meiner Ansicht nach, was da an Infos drin ist. Genau. Und wenn Geld keine Rolle spielt, dann hast du ja schon das Schmerzbuch gekauft, was mit 60 Euro ja nicht günstig ist, aber meiner Ansicht nach sehr spannend war und vom Inhalt her es auf jeden Fall wert ist. Man tut sich immer ein bisschen schwer damit, so mit Büchern und darf nicht so treuer sein und keine Ahnung was. Aber machen wir uns mal nichts vor, 60 Euro für gutes Wissen, was man vielleicht vorher nicht hatte, das ist eigentlich nichts unter dem Strich. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast, aber deswegen eigentlich ist es ein No-Brainer. Ja, mehr als genug genau. Und beim Verdauungsbuch ist es auch so, da habe ich ja auch noch bei, also es gibt natürlich ein paar Verdauungsbücher, aber es gab jetzt keine für Sportler, ganz explizit bloß und habe dann halt auch zu jedem Thema, also es geht dann los mit allgemein nochmal Ernährung ganz kurz erklärt, Verdauungsablauf erklärt, Verdauungsproblem erklärt und dann zu jedem Teilbereich nochmal Buchempfehlungen von mir. Also wenn es jetzt jemanden gibt, der beispielsweise sich sagt, ich interessiere mich jetzt nochmal ganz speziell für den Leaky Gut beispielsweise oder ganz speziell für Darmbakterien und Tests oder ganz speziell für Thema XY, da habe ich dann extra nochmal die Buchvorschläge oder die Buchempfehlungen, die ich da geben kann, auch nochmal reingepackt, sodass man da auch nochmal in die Tiefe einsteigen kann, wenn man möchte. Weil ansonsten, man muss ja auch auf drei Seiten zusammenfassen, was vielleicht relevant ist für einen Darmtest, was man erstmal wissen muss für sich als Otto-Normalverbraucher. Wenn man aber dieser eine von 100 ist, der vielleicht mehr Informationen braucht, dann kann man immer noch zu Buch XY dann greifen. dann auch auf drei Seiten und dann kann man das nicht mehr